Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcast. Heute geht's um RTL-2-Animes im Laufe der Zeit. Und wer möchte mitmachen? Ich. Ich. Muss halt. Und alle sind begeistert. Dave, du hattest doch die Liste vorhin. Leg doch mal jetzt dein Handy weg. Hör mal auf, hier so schöne Kunstwerke zu erschaffen. Dave hat so ein riesiges Leinwand hier jetzt aufgebaut. Das ist ganz abgehobene Künstler. Künstlerscheiß. Scheiß. Ich male nur noch mit tibetanischen Jungfrauenblut. Aber da gibt's so viel reichlich. Weil die alle hässlich sind. Ja, was war das? Sorry, ich steh mich so kurz ab. Jochen. Wo ist die Liste? Was? Ja, ich würde sagen... Oder willst du nicht mit den Liste? Da hat... Ich sag dir mal was, das kannst du vielleicht so für die Frauen dir mal merken. Man fängt nicht immer mit der geschlossenen Faust direkt in die Vagina an. Man baut ein Gespräch so ein bisschen auf. Man sagt jetzt mal den Kindern, was überhaupt ist ein RDL 2. Die gucken ja nur noch Netflix. Ja, wir haben doch nur die drei Hörer und den weiß ich schon, dass die das kennen. Das ist ja sehr professionell. Die gucken nur Frauentausch. Und weiß ich nicht, was läuft jetzt? Was läuft heutzutage auf RDL 2? Berlin-Tag und Nacht ist, glaube ich, so das Ding. Echt? Was alle gucken immer, ne? Na klar. Naja, aber früher liebten da immer Animes. Ja. Also RDL 2, als das noch relativ frisch war, war das für mich der erste Berührungspunkt überhaupt in den frühen 90ern, dass die von Tele 5, was dann bei uns über Kabel nicht mehr empfangbar war auf einmal, das Anime-Programm übernommen hatten. Und ich bin ja schon sehr alt, ich bin ja so fast der Älteste hier in der Runde, aber die Ironie ist, Jochen, gerade bei dem Thema Anime, ist es doch so, dass du erst viel später so richtig reingestartet bist. Ja, nicht jetzt unbedingt Anime, aber vor allem, was Privatfernsehen angeht. Ja. Das war da halt wirklich eher, das war 95? Ja, okay. Irgendwie sowas. Da war das alles schon vorbei. Ja, genau. Das passt ja ganz gut. Deswegen so über die Anfangszeiten kann ich gar nicht so wirklich viel mitreden. Und danach ging es bei mir dann aber auch relativ schnell, da ich dann eher auf Cartoon Network irgendwie englisches Zeug angeguckt habe. Die ganzen schlechten alten Hannibal Buro-Berror-Beschichten. Ja. Das wird auch nochmal ein Thema für sich. Wir hatten ja schon mal shitty Trickfilme. Gibt es eh heute viele überschneiden. Wir hatten ja mal vor einigen Jahren, vielleicht könnt ihr euch erinnern, beschissene Trickfilmserie einiges, glaube ich, die Folge. Und da musste ich ganz viel an die Zeit denken, weil da habe ich ja wirklich alles noch vermischt. Da gab es ja auch nicht direkt die Anime-Blöcke, wie es heute bei ProSieben Max zum Beispiel der Fall ist oder dann mal auch eine Zeit lang bei MTV2 oder was es da alles so gab. Sondern da gab es halt Trickfilme. Und da war aber in Deutschland schon immer eine relativ hohe Dichte an Anime. Und ich bin ja tatsächlich aufgewachsen mit dem TV5-Anime. Das war dann das Bim Bambino. Das war so eine Stoffmaus, die auch nächste Crossover, nämlich Bim Bambino und Benjamin Blümchen. Könnt ihr euch ja nochmal unsere Hörspielverlöcke anhören oder was? Bim Bambino war halt so ein Anime... Nee, das war halt jemand, der das gespielt hat. Aber ich weiß nicht, wie er irgendwie so eine Hand irgendwo im Arsch von der Ratte oder was. Und das Ding hatte Googly Eyes. Und da hatten die ein paar Anime damals schon. Man wüsste ja natürlich nicht, dass das Anime war. Und ich war noch im Kindergartenalter, muss man dazu sagen. Dann würde ich dann an die Grundschule kommen, war das auch perfekt der Übergang. Bim Bambino und Tele5 gab es dann die ganze Zeit nicht mehr. Und die Leute, die Bim Bambino gemacht hatten, haben dann bei RTL 2 Wemphi gemacht. Ich weiß nicht, sagt euch noch Wemphi? Könnt ihr das grob beschreiben, was das war? Trauma. Sollte das eine Fledermaus eigentlich darstellen? Ja, alte Vampir zählen. Ja. Mit Fledermaus. Mit Fledermaus. So eine lange Schnauze. Für mich war das halt ein Hund. Ähnlich gesagt. Das war das nicht so richtig. Levin auch Steroin. Das Ding ist, ich glaube nämlich auch eher, dass es ein Hund ist, das Vampir. Wesentlich. Nee, 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 keine Fledermaus. Ich bin der Meinung, das ist halt einfach nur ein Vampir. Ja. Der halt, weil er Vampir ist, Vampir heißt. Das ist wie wenn du ein Bluter bist und dann nennt man dich Bluti. Nicht Alexander? Aha. Alexei. Ja, aber ein Hund, das wäre dann komischer Hund. Ja, der hatte halt weißes Fell und ich glaube ich auch so eine Hundennase, so eine Schwarze. Und der hatte dann immer noch so eine Co-Moderatorin, was ja damals recht populär war. Da gab es dann zum Beispiel auch Hugo, wo dann so Leute wie eine Sonja Ziedler ihren Einstand hatten in der Gesellschaft. Und das war halt auch bei Vampir, der hatte dann auch so eine Oma, die mal ein bisschen was mitgekocht hat. Und halt so eine Frau mit Glocken. So ein bisschen wie bei, wie heißt es, Schloss Rabenstein oder Schreckenstein mit der Frau in dem Kopf und dem Rabe. Also dieses Konzept einfach nur lieb. Wie hieß es? Irgendwas mit Steinen. Ja, ihr wisst aber, was ich meine von Öffentlich-Recht. Siebenstein, genau. Und irgendwie war das damals so, ja Kinder verstehen nur Mädchen, wenn da irgendeine Handpuppe mit Hand im Arsch da zusammen mit einem Mensch irgendwie durchs Programm leitet. Und du kannst nicht einfach nur losgelöst diese Trickfilme hintereinander zeigen, dann müssen die Kinder speien. Und ich habe halt gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich fühlte mich damals mit sechs Jahren schon zu alt für so einen Scheiß. Und so 92, 93 in der Dreherum war ich halt in der ersten Klasse. Und ich weiß es noch genau, das Wetter wurde auch langsam schön und ich war dann immer nach der Schule bei meinen Großeltern. Und habe da noch Mittag gegessen und habe meinen Kumpel besucht dort. Und dann, es war im selben Dorf, wie ich auch gewohnt habe, bin dann halt Nachmittag nach Hause gegangen. Und da gab es dann aber diese Phase, wo ich irgendwie hängen blieb auf dem RDR2-Trickfilm-Blog. Ich sage jetzt bewusst noch nicht Anime, weil das halt wirklich so 50-50 Teilung damals auch noch war. Und das war ganz schlimm, weil ich da regelrecht süchtig wurde. Ich sage mal so im Frühjahr 1993 war ich regelrecht fernsehsüchtig. Bin ich auch mal fett geworden. Innerhalb von ein paar Monaten habe ich mir eine richtige Plaunze rangefressen, weil ich da bei meinen Großeltern immer was zernaschen hatte. Habe ich Vampir reingehauen, Erdnisflips gefressen, Knusperkugeln, Mürbel, Kekse mit Schokoladenüberzug. Und das habe ich halt ein halbes Jahr oder so gemacht und dann war Point of No Return. Also dann müsste ich an mir arbeiten, Fitness-Hukio. Da warst du noch ein richtiger Nerd. Ja, da war ich mal ein richtiger. Da habe ich das erste Mal wirklich das erlebt. Da hättest du noch mal wieder als Lifestyle für sich gepachtet haben und zu sagen, ja, ich fühle mich da aber gut dabei. Es ist schade, dass du dann den falschen Abspräch gemacht hast. Sport und Sozialleben. Ich habe mich da noch regelrecht selbst über mich geärgert, weil ich gemerkt habe, ich verbrauche da jeden Tag drei Stunden nur für so einen Rotz. Mein Kumpel müsste eigentlich jetzt in der Nähe irgendwo rumspielen. Da könnte ich doch eigentlich mal zu dem noch ein bisschen mich da sozial mit integrieren. Das war mir sehr peinlich. Aber das Ding war ja, dass er, der jetzt war, ja allen Anschein nach ein Programm hatte, was mich gecatcht hat. Und dann hatte ich heute in Vorbereitung für die Folge mal im Internet gesucht, was gab es denn da überhaupt so für Trickfilme, die mich das interessiert haben könnten. Und ein paar fallen mir sofort ein. Und das sind übrigens alles durch die Bankweg-Anime. Das habe ich dann im Laufe der Jahre mal gelernt, dass die, die mir am besten gefallen haben, tatsächlich schon alles Japanische Trickfilme waren. Und ich habe dann halt geschaut und keine, so eine richtig gute Liste gefunden, aber ein paar verschiedene Listen, wo jede von denen ein paar der Trickfilme halt auch mit aufgelistet hatte. Und wo ich aber dann gestaunt habe, war, in welchem kurzen Zeitraum sich das alles abgespielt hat. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Grund, warum ich jetzt mit meinem Monolog anfange, weil ihr wahrscheinlich noch nicht in diesen, ich sage mal so 93 bis 95 Zeitfenster so dabei wart, oder? Bin ich geboren. Ja, irgendwie war das. Ich bin im Jahr 93 bis 95 geboren. Nein, stimmt nicht. Nein, das war ein sehr schwerer. Aber da habe ich noch kein, gar nichts angeguckt. Ja, du bist da befreit. Yes. Ich fand das tatsächlich damals noch alles blöd. Ich habe lieber Tierdruck geguckt und habe immer weggeschaltet, sobald ein Trickfilm kam. Das war so die Phase, so bis 97 fand ich Trickfilme richtig, richtig blöd. War bei mir ganz anders. Ich habe das alles damals sehr wertfrei geguckt und einfach alles angeguckt, was da so kam. Also ich war dann auch schon in der Zeit zu 93. Doch schon mit dabei, aber halt wie gesagt, ohne irgendeine Wertung. Und weil du das angesprochen hast, ich kann mich auch wirklich nicht mehr daran, was dann so damals kam. Ich kann mich an das Super-RTL-Programm erinnern, aber RTL 2 überhaupt nicht mehr. Ja, wir gehen das dann natürlich auch gleich mal durch. Also es ist halt gut, wenn ihr da jetzt schon mal das mit reinwerft. Also Jochen, wie gesagt, wenn er da noch gar keine solche Privatsender geguckt hat, dann ist er eh raus. Du bist ja so vom Alter her dann auch am nächsten dran, aber wenn das halt noch nicht so dann ankam. Und bei mir war es aber wirklich in diesen frühen Jahren so wirklich genau parallel zur Grundschulzeit. Also wo ich dann aufs Gymnasium gekommen bin, Mitte der 90er, hörte bei mir auch RTL 2 Anime gucken auf. Wahrscheinlich habe ich dann halt auch so das Gefühl gehabt, ich bin jetzt der große Trickfilm oder was. Ich muss jetzt Tier-Dokus gucken. Keine Ahnung, ich habe da noch wirklich eine ganze Zeit lang, ein paar Jahre lang, zwar noch das eine oder andere vielleicht mal prob miterlebt, dass das lief. Wo ich mich jetzt auch nach vielen Jahrzehnten ärgere, weil das Serien sind, die ich jetzt verzweifelt auf DVD suche, weil die zu irgendwas dazugehören, Thema sammeln auch wieder. Du kommst einfach nicht mehr ran. In RTL 2 hatte die damals ganz normalen Programme, aber ich war dann irgendwie auf meiner Prätenziösen und ich gehe jetzt ans Gymnasium-Sache, halt so festgeblieben, dass ich halt, ehrlich gesagt, vielleicht nicht richtig geguckt habe, wahrscheinlich schon mehr so dann die Richtung Simpsons South Park. Und erst mit dem Manga-Anime-Boom habe ich gemerkt, oh, RTL 2 hat ja viel von dem Zeug. Ja, stimmt ja. Und dann bin ich in den späten 90ern wieder zurückgekommen. Mir fehlt da halt so ein entscheidendes Zeitfenster. Und ich kann ja mal kurz sagen, was für mich halt das Hauptding war, warum das auch für mich so ein emotionales Thema ist. Wenn ich so meine Lieblings-Trickfilmserien durchgehe, sind halt fast alle davon Anime. Und davon wiederum ein sehr großer Teil Anime aus diesem RTL 2-Blog. Und davon wiederum nochmal ein erstaunlich großer Teil sind so Literaturverfilmungsserien von alten Romanen, die in den 70ern, 80ern verrustet wurden. Und da wiederum vor allem Vertreter aus dem World Masterpiece Theater, wo man ja eh mal eine eigene Folge drüber machen musste. Ich habe es schon häufig auch wirklich mal erwähnt. Ich habe es mal relativ intensiv in irgendeinem Podcast drüber gesagt. Im Quiz kam es vor, genau. Da hatten wir direkt sogar den Blog mit den RTL 2-Anime. Und das war nämlich auch so der Grundstein, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben anscheinend alle völlig anderen Zugang zu dem Thema. Weshalb ich dachte, das kann man auch nochmal eine ganze Folge machen. Und das wird Masterpiece Theater nochmal kurz erklärt. Das ist halt von so ein paar Leuten, die dann noch später Ghibli gemacht haben. Also Miyazaki und Takahata, die haben damals auch schon sich ihre Spuren verdient. Und das sind halt so ganz viele aus dem, sagen wir mal, vor allem 19. Jahrhundert Romane, die die sich angeguckt haben und gesagt haben, naja, kann man eigentlich ganz gut so 52 Folgen Anime draus machen. Und die sind so herrlich bodenstellig, so herrlich geerdet. Das ist nicht so dieser Bullshit, wie man es heute kennt, was ich ja nicht so mag. So dieses, wir hatten es auch mal in einem Vorgespräch, so regellose Welten, wo einfach alles passiert und zack, ja noch eine Verwandlungsstube. Also das waren so ganz normale Alltagsgeschichten, was heute auch niemand mehr angucken könnte, weil alle einschlafen würden. Für mich war das damals genau das richtige Maß an Dramatik. Und ich habe mich da mal ernst genommen gefühlt. Dafür, dass es ein Trickfilm war, ging es um ein bisschen mehr als einfach nur, also irgendwie so ein Hase, der haut mit dem Hammer auf eine Katz. Und da gab es halt zum Beispiel das Mädchen von der Farm, habe ich auch schon erwähnt, woanders, mit dem Mädchen Katholi und Jürgen Wundabel in Schafhütten in Finnland, zu zeigen des Ersten Weltkriegs. Und jetzt für die meisten Kids, die jetzt sowas wie Guren Lagann oder die neuste Staffel Tech & Tein oder was gewonnen haben, ja, keine Nähe, da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das war eine ganz fantastische Serie, auch danach ganz schwer da nochmal ranzukommen. Lief auch nur, werde jetzt zwei damals, ich glaube, danach echt nie wieder. Und das war für mich sowas, wo wie so ein Mindblow im Moment bei mir das erste Mal eintrat, wo ich dachte, das brauche ich jetzt immer, jeden Tag muss ich sowas gucken. Und R2 2 hat das sehr gut gemacht, weil immer wenn da eine Staffel davon durch war, haben die eine neue Staffel aus dem World Masterpiece Theater als Nachfolger einfach für den Timeslot gebracht. Und deswegen war es auch nicht möglich, so etwa drei, vier Jahre lang aus diesem Teufelskreis auszutreten. Und die haben das wirklich bis so etwa 2000 durchgezogen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich habe mich so geärgert dann rückwirkend, dass ich dann mal da raus bin, weil ich dadurch ein paar von diesen World Masterpiece Serien verpasst habe, die danach auch nie wieder zugänglich waren. Da gibt es keine DVD-Boxen davon, da gibt es nirgendwo im Stream. Du kannst die auch nicht irgendwie illegal im Netz finden, weil wenn überhaupt, hast du da mal eine Folge in einer schlechten VHS-Qualität. Und das ist sehr ärgerlich. Ich weiß auch nicht, ob R2 2 bewusst ist, was die damals hatten. Aber die, warum die Rechte müssen doch bei jemandem leben, das ist doch zu allen. Das ist ganz schwierig. So die Sachen aus den 90er Jahren, da war ich damals auch in einem Forum, das ist jetzt so ein bisschen Metathema, was von dem Thema sich ableitet. Ich war mal in einem Forum, wo es um das World Masterpiece Theater ging. Das war so zu Animix-Zeiten und ja, für sowas noch halt deine Peer-Groups alles. Und da gab es eine Petition, da ging es darum, ein paar von diesen Serien auf DVD rauszubringen. Und wir haben damals wirklich ständig solche Petitionen gestartet. Und ich sage bis heute, einige von den Serien sind wahrscheinlich nur rausgekommen, weil wir damals diese Petitionen hatten. Und da zählst du dubioses Zeug mit dazu, wie eine fröhliche Familie, die Kinder von Beerkhof und sowas. Alles sehr schöne Serien, die halt auch extrem devote Fans immer noch haben, wo ich sogar manchmal noch Cosplayers sehe, wo sich aber halt jetzt nicht so diese großen Medienfirmen drum bemühen. Es ist auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, und teilweise dann auch richtig teuer. Also ich habe mir dann letztes oder vorletztes Jahr Anne mit den roten Armen geholt. Ja, stimmt. Und das war glaube ich mit 60 oder 70 Euro, war das noch am unteren Ende von den Anime-Seeren aus der Zeit. Ja. Das ist übrigens eine der wenigen Ausnahmen von diesem World Masterpiece, viele Sachen aus der Zeit, die dann halt nicht auf RDA 2 liefen, aber es ist halt dieselbe Reihe. Und um es nochmal ganz grob einzuordnen, die meisten kennen halt die Reihe durch Heidi. Dann fing es halt in Deutschland so richtig an und dann gab es halt viele Jahre lang World Masterpiece Theater exklusiv auf den Öffentlich-Rechtlichen, Niklas, ein Junge aus Flandern, Terin. Nils Holgersson? Nee, der ist da nicht aus der Reihe, aber das ist so dieser gleiche Atemzug, sage ich mal. Das ist halt auch so eine Serie war, die dann auf Tele 5 lief und auch so diese Vibes hat und sogar den Stil, aber nicht offiziell zu der Reihe gehört ist. Das Dschungelbuch, wo ich ja auch beim Quiz das Lied gesungen habe. Und das ist aber alles so gegenseitig jetzt befrucht. Und es gab auch auf RDA 2 damals mit in diesem frühen Blog Robin Hood, er ist ein kleiner, süßer Held. Das war meins damals. Und das ist halt alles so dieses, wir nehmen so die alte Literatur, machen Anime draus. Das ist jetzt nicht so ein Masterpiece für der Robin Hood, aber das spricht so diese Sprache der 80er Jahre. Und bevor das dann so abdriftete. Und das war halt, wie gesagt, genau meine Art von Trickfilm. Das Einzige, was ich dann noch damals viel geguckt habe, was auch, ich glaube, auch nicht mehr dazugehört, aber die bis 80 Tage irgendwie. Ja, Winnie Fogg. Ja, ja. War auch eine der ersten, meiner Meinung nach, was damit auf RDA 2 lief. Dann habe ich doch mehr davon geschaut, als ich dachte. Winnie Fogg ist auch so eine Serie, die tatsächlich relativ schnell auf DVD-Release bekommen hat. Und ich glaube, auch auf Amazon vor allem verfügbar ist. Würde ich auch mal wieder mir angucken. So auch so ein nass-teilchen Ding. Das muss ja dann wirklich schon uralt sein, weil da erzählt meine Mutter immer, wie meine Schwester versucht hat, das als kleines Kind den Eltern zu erzählen, was sie gerade im Fernsehen gesehen hat. und hat dann eben diesen Satz gebracht, Winnie Fogg und sein Diener Passepartout reisen in 80 Tagen um die Welt. Und sie hat den Satz nicht rausgekriegen. Und dann haben sie irgendwie eine halbe Stunde lang ihr dabei geholfen, zu sagen, was der Satz war, weil sie selber gar nicht wussten, was es da ging. Also das muss schon eine relativ alte Serie sein. Also ich glaube auch, dass ich Winnie Fogg das erste Mal auf Tele 5 oder was gesehen habe. Und dann kam das aber noch mal auf RTL 2. Sie haben halt die Lizenz übernommen. Ich kenne das nur noch von RTL 2. Und da gab es dann sogar noch Spin-off-Serien, wo die dann so verschiedene Spielwähren-Sachen noch mit denselben Figuren gemacht haben. Das waren ja alles Anthropomorphe Tiere. Genau. Dann gab es ja den Willi Fogg als Löwe. Passepartout war so eine Art Katze. Und dann gab es noch diese indische Prinzessin. Es war halt so eine Art Pantherfrau. Ich fand das gar nicht so geil als Kind. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann wird mir mein Seelchen warm. In die Richtung habe ich auch diese drei Musketiere und D'Artagnan mit Hunden. Ja, stimmt. Also ich habe halt viel das geguckt, weil meine Mutter ist sehr buchfixiert, nennen wir es mal so. Und hat halt, also gerade hier alles, was Jill Wernis ist, das habe ich im sehr jungen Alter schon zugeführt bekommen. Und alles, was in irgendeiner Weise schon in Literatur vorkam, habe ich dann eben, weil, ah, das kenne ich ja, habe ich dann geschaut. Und das war für mich so die Einstiegsdroge, ein bisschen so in dieses Disney-Verse wieder. Also sozusagen nach, wo die vorkam, dann habe ich dann auch Robin Hood von Disney geschaut und dann war ich halt wieder geguckt. Alles, wo Tiere vorkamen, das habe ich meistens, weil das hat sich mit dem Tier-Lobus rückgeschnitten. Das habe ich dann geguckt. Das ist ja eigentlich ein bisschen unüblich für Anime, solche Tierdinger. Ich denke aber, dass die sich da halt einfach auch Disney da zum Vorbild genommen haben. Auf der anderen Seite denke ich ganz oft, es ist eigentlich schade, dass es so lief, weil die Japaner schon immer für mich besser zugänglichere Form gemacht haben. Das habe ich auch, glaube ich, im Disney-Podcast erzählt. Das ist gerade der Dschungelbuch Anime, der ja ganz eindeutig auch nach dem Disney-Film rauskam. Da will ich jetzt gerade gar nicht irgendwie, was sie da vermuten oder so. Aber der Anime ist für mich eine gute Serie. Bis heute auch einer meiner Top-Ten-Lieblings-Anime. Und den Dschungelbuch-Disney-Film, den mag ich noch nicht mal. Ich verstehe auch immer nicht, wo dann das Zeitfenster ist, wo Kinder sowas mögen. Weil ich dachte, Dschungelbuch, den Anime, habe ich so etwa mit drei, vier Jahren angefangen zu gucken. Sollte ich denn dann noch dieses Zeitfenster haben, wo ich den Disney-Dschungelbuch nicht albern hätte finden können? Mit zwei ist das dann so dieses Chirash-Film mit dem Schlüsselbund vor dir? Ich rede so gar nicht schlechtes über diesen Dschungelbuch-Trickfilm von Disney, sondern ich habe den dann später nochmal wiederholt und gedacht, ja, okay, so Animationsweit ist schon alles cool. Er hat halt keine Dramaturgie. Er hat wirklich zieht halt durch den Dschungel und singt Lieder mit Tieren. Und bei dem Anime war es dann halt wirklich, das war so Shakespeare. Da sterben auch mal Figuren schon, das ist Game of Thrones meiner Zeit. Da wurdest du dann halt schon mit sowas konfrontiert. Und das fand ich immer gut. Der meldet sich auch das Baby über das Baby von, sagt ich, jawohl, echt. Alter, da musste ja auch die russische Variante abgegangen sein mit Zäppchen. Das ist ja die, die am nächsten auch am Buch ist. Und das Buch ist ja auch durch die Aufbucht als Game of Thrones im Dschungel. Also die russische Variante ist animationstechnisch halt die beste. Die haben wir auch damals richtig besprochen gehabt mit anderen. Da gibt es halt eine Dame auch damals, die hat Bagheera animiert und die ist halt richtig eine Legende. Also wenn man sich wirklich mal so Animationsporno sozusagen anschauen will, dann auf jeden Fall den mal gucken. Heavy Metal Fag. Der ist halt alt. Aber wenn man auch so das gucklige Pferdchen und so die ganz gut fand, dann, oh ja. Ich finde aber bei Trickfilmen ist das Alter so schön egal, weil sich das gut hält. Als es alles noch so ein bisschen, also böse gesagt, als die Kulturen da auch so ein bisschen noch getrennt waren, gerade die russischen, skandinavischen, die hatten halt alle so ein bisschen eine eigene Stimme, was ich momentan finde, total verloren geht. Also gerade wenn man sich die russischen Animationen anschaut, die versuchen halt alle nur Pixar zu sein. Das finde ich super schade, weil die eben damals, die hatten eigene. Und das war wunderschön. Also ich habe mich immer wieder als Brücken geändert. Ich meine, das russische Zeug war trotzdem immer schon von Sam's, die schon ziemlich nah am Anime, fand ich. Naja, das ist ja, also sie sind ja so ein bisschen Asien. Ja, das ist schon, aber fast. Ja, aber das Ding ist ja auch, du hörst ja auch immer wieder, dass so Leute wie Osamut, Hedstar oder später auch mal Akira Toriyama oder selbst ein Eiichiro Oda, die kopieren ja alle westliche Leute oder westliche Sachen. Ich kann es nicht oft genug betonen, aber Eiichiro Oda hat sich von Vicky und die starken Männer Inspiration gehört, was zwar ein Anime ist, der sich aber damals auch schon an westlichen Sachen orientiert hat. Und trotzdem merkst du immer wieder, irgendwas passiert dann bei der Adaption ins Japanische. Und bei den Russen hatte ich das halt auch. Also ich finde auch, die Russen haben wahrscheinlich auch mal geguckt, das war mit Disney, Leute. Aber wenn du da in diesem kargen ewigen Winter von Sibirien deinen Trickfilm produzierst, dann nicht im kalifornischen... Die Schneekönigin, dieser Film, dieser Mensch, Gänsehaut, immer noch. Da kommt einfach so eine russische Aura in die Sachen rein. Und das ist nun mal... Und deswegen sage ich auch immer, zu Kids, die jetzt in Deutschland Manga machen, guckt doch nicht alles von den Japanern nach, bringt eure deutsche Identität rein. Public Service Announcement von Dev. Ja, jetzt wie niemand dran. Jetzt aus Recht nicht mehr sagen, die sich jetzt. Das spielt jetzt alles an der Toyota High School. In San Francisco. Gerade hatte ich noch einen guten Gedanken gesagt. Wieder mal von Baymax zu hauen. Ich kann ja dann mal aus der Zeit, wo ihr noch nicht da dabei wart, noch mal ein paar Trickfilme nennen. Ich habe mir nämlich ein paar Listen, wie gesagt, also ich habe zwei Ideen. Einmal habe ich hier so eine Liste von Fernsehserien.de, die ja wirklich damals sehr gut dabei sind. Übrigens, die behaupten, das wird auch stimmen, Memphi lief tatsächlich bis 2001. Was? Und ich gehe ja mal davon aus, dass es dann einfach durch BTV ersetzt wurde. Dann kam ja irgendwann auch noch Bukitu. Wir haben heute... Also BTV ist dann vielleicht eher unter unseren Hörern noch ein Thema, aber Bukitu auch noch mal ein paar Jahre, wo dann keine handgesteuerten Puppen mehr dabei waren. Sind wir noch handgesteuert? Sicher? Ist das sicher? Da haben wir dann auch noch Anekdoten, nicht wahr? Aber, wenn ihr wollt, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich kann ja mal die komplette Liste an der Ecke vorlesen. Aber macht euch einen Kaffee, das dauert bestimmt fünf Minuten. Aber es ist einfach auch so albern. Aber dann ist das dann sexy vor, bitte. Ich kann nicht. Der Witz daran ist eher, da sind Titel dabei, du denkst, es ist ein Witz. Aber es waren noch einige dabei, wo ich dachte, ja stimmt, das habe ich geguckt. Dann hätte ich das jetzt nicht noch mal hier mehr angeguckt. Das Problem wäre, ich bräuchte, glaube ich, Bilder dazu. Ich kann mir vorstellen, dass ich da auch schon einiges von gesehen habe. Ich habe zwei, drei von den Dingern und dann habe ich dann noch, das ist übrigens bei Fernsehserien, ist das alles verlinkt. Du hast diese riesige Liste, du kannst irgendwo draufklicken und dann hast du zumindest ein Screenshot oder was dazu. Ich muss aber auch sagen, ist doch eigentlich scheiße, das ist so viel. Irgendwas ist schon dabei, was wir würden sagen. Ich fange jetzt mal an. Tom Ameis und seine Freunde. Die Abenteuer der Wüstenmaus. Die Abenteuer des Professor Thompson. Abenteuer in Shoe Town. Habe ich übrigens damals drüber in der Scheiß-Trickfilm-Serie sehr viel drüber erzählt. Ist die zeitlich oder ist das ABC? Das ABC, aber dann geht es ein bisschen durcheinander später noch. Die Abenteuer von Tom Sawyer und Hack Finn. Das ist einer von den World Masterpiece-Feeder-Serien. Tom hält's nicht aus. In diesem großen Haus. Die Hose zieht er aus. Ja, ist ja ähnlich. Action Man, basierend auf dieser furchtbaren Geil-Feedur. Action Man, der größte Held in deiner Welt. Wir hatten ja gestern tatsächlich eine Karte against Humanity-Karte, die sich auf Action Man bezogen hat. Der Anne-Frank-Action-Figur mit Fallschirm und Strandbank. Und Laser Visier, wo ich nämlich an Action Man denken muss. Das ist völlig sinnlos. Wir haben hier ein Spielzeug. Lassen wir noch irgendwie retrospektiv eine Serie dazu machen. Adulors fantastische Abenteuer. Das haben meine Eltern hoch und runter geguckt und ich musste das nicht gucken. Ja, ja. Also das ist für mich als Ungar oder als Halb-Ungar ist das natürlich Kulturgut. Das ist ja eine ungarische Produktion. Und das eine, woran ich mich erinnern kann, der hat am 29. Februar Geburtstag und ist im Laufe der Serie, hat er dann mal seinen vierten Geburtstag. Und wird von seiner Schwester deswegen aufgezogen, weil der Adulors vier ist. Und hat das Gummiswerke. Naja, aber habe ich in Erinnerung, als dachte ich, dass es auch kein Anime ist, konnte man mal gucken. Das war auch ganz kreativ. Ja. Man schätze mal so aus den 70er Jahren. Ja, das ist so ein bisschen Tim und Strump. Das war woran ich immer denken muss, diese Folge, wo da so eine 2D-Welt geht. Ja, das ist auch die Folge, die hat sich aber richtig eingebrannt. Das fand ich. Da gibt es ein Space Dandy in Bezug drauf. War schon teilweise recht unheimlich, die Folge. Ja, die war. Sie ja auch Inside Out, die dann ganz heftig kopiert haben. Alles steht Kopf und Pixar in 2D-Welt. Definitiv Adulors Adventures. Das ist alles aus einem Ende 19. Jahrhundert Roman, das Flächenland. Mhm. Das ist ja. Ja, warum weiß ich besser. Ich hätte ja was gelernt. Das ist so der erste Roman, wo es darum geht, was wäre, wenn wir jetzt nur zwei Dimensionen hätten. Und da wird dann erzählt mit irgendwelchen Flächen, Viechern, die da rumläufen. Also irgendwie eine Gesellschaft, quasi so die Drehecke, das sind so die Dummen, die Unterschicht und die Viereckigen, das sind die Arbeiterschicht. Und ab den Fünfeckigen fängt es dann halt an, so die Gelehrten-Schicht zu werden. Dann ist wahrscheinlich das ein Space Dandy eher davon gewesen, weil das ist praktisch das System, was wir brauchen. Es ist aber furchtbar frauenfeindlich, weil Frauen sind da quasi nur Striche oder Winkel. Also gar keine Ecken. Dann ist es definitiv, weil das ist nämlich ein Running Gag, dann ist eine der letzten Folgen auch. Und dort geht es auch um die 1D-Frauen. Das ist auch nicht fällig. Da geht es halt darum, dass eine von diesen Flächen von einem 3D-Wesen in die Dreidimensionalität gehoben wird und das dann erfährt. und die dann gemeinsam, also das 3D-Wesen und das 2D-Wesen in ein 1D-Universum noch reinkommen, wo es dann quasi nur eine Linie ist, wo jeder nur den vor sich oder den hinter sich bemerkt. Also es ist ganz abgespaced. Wenn das heute ein Anime wäre, wären die alle wunderschön. Hast du Space Dandy geschaut? Leider immer noch nicht. Ich komme nicht dazu. Ja, ich weiß schon. Also das ist eigentlich dein, das ist eigentlich dein Name. Ja, ich weiß schon, das wurde mir so oft empfohlen, aber ich habe nie Zeit, um sich Sachen anzugucken. Das Ding besteht aus Meta. Ja, Meta, wahre Meta. Ja. Na gut, das ist ein ganz schön weiter Exkurs von Adel, das ist lustig, aber. Alle lieben Diggi, das können sie von jetzt sein, so ein deutscher Hip-Hop-Album-Titel. Alle lieben Diggi. Albin und die Chipmans, ich hasse den Scheiß. Ja, das habe ich wahrscheinlich so gut gesehen, leider. Leider. Ich mochte alles, wo Musik drin vorkam. Ich hasse die Albin-Chipmans-Scheiße. Düp, 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 düp. Wir sind die Chipmans, geile Chipmans. Albin, Simon, Fiodor. Ne, 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 ne. Ich will einen Hula-Hoot. Ich hasse die Chipmans. Das weiß man gar nicht. Das ist ein Fickscheiß, ey. Aber es hält sich. Ich hasse die Sache, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Das war schon immer eine dumme Idee. Ja. Aber das ist so eine Kacktreistigkeit, wo ich nicht mal verstehe, dass es da eine nostalgische Verklärung gibt. Das ist so. Demnächst kommt wahrscheinlich das Shootout in Expanded Universe. Hm. Fickt euch, ey. Äh, Barney, weiß nicht. Ist das der Saurier? Würde ich mal sagen, das lief. Das lief echt in Deutschland. Ja, anscheinend, ja. Also, Barney kenne ich vor allem aus Simpsons. Simpsons, ja. Ich lieb dich. Du magst uns. Wir sind deine Familie. Wir freuen uns. Beast Wars, das waren doch so. Ja, Beast Wars haben nicht gesammelt. Ja, ja, ich habe auch so drei, vier solche Beast Wars-Dinger. Das ist auch so in Richtung Monster in my Pocket übrigens geht, ja. Ben und Sebastian, sehr gut, auch ein Anime. Die Geschichte Ben und Sebastian, der Junge und der Hund. Da war es aber ein Twist in der Version, eine der zwei Hunde. Auch so ein Ding, was, glaube ich, während der Zweiten Weltkrieg spielte. Und was sogar meine Mutti geguckt hat. Ich war in den Mund ganz verliebt. Also, ich weiß nicht, welche Version du jetzt gerade ansprichst, aber Ben Sebastian ist eine schöne Geschichte. So prinzipiell gibt es immer mal wieder eine neue Version, aber der Anime für mich Geisterscheiß. Beverly Hills Teens klingt mir nach so einem Porno-Sachmittel. Ich glaube, das war so wie die Archie-Comics, was in der Richtung war. Archie lief, glaube ich, auch auf RTL 2. Hatte ich jetzt bei A nicht mit dabei, aber falls ihr Archie kennt. Ja, das ist eine Serie. Ja, also ich kannte ursprünglich daher Archie. Und Archie, wir sind ja hier in dem Archie-Fandom-Haus. Riverdale und Sabine of a Teenage, which is Archie-verse. Aber ja, wir gucken es an, aber garantiert nicht. Also Netflix plant anscheinend was Großes mit Archie, aber ich kam da nie rein. Ich hab mal aus nostalgischen Gründen übrigens Archie und der Punisher, hab ich mir mal reingezogen. Da ist aber tatsächlich das Problem, Riverdale und Sabine laufen auf zwei verschiedenen Sendern. Das heißt, zum Crossover wird es da leider nicht in der nächsten Zeit. Woran wird es dann festgemacht, dass es trotzdem das selbe Universum ist? Die erwähnen die Städte. Genau, also die... In Riverdale schleifen sie irgendwann mal eine nach Greendale. Und in Greendale, die Football-Mannschaft, die spielt gegen die bösen Jungs von der Baxter High. Wow. Das ist halt eben die aus... Nee, andersrum. Irgendwie, auf jeden Fall gibt es da so namentlich Anspielungen, aber nichts. Ach, das ist ja dann schade. Ich finde es immer cool, wenn ich höre, dass da irgendwie so ein Crossover-Ding da entsteht. Manchmal bringt mich das überhaupt dann erst dazu, sowas zu gucken. Ich habe zum Beispiel extra Brooklyn Nine-Nine geguckt, weil ich ein großer New Girl-Fan bin. Weil ich wusste, dass es dann in späteren Staffeln da mal ein Crossover gibt. Das sind drei Minuten Crossover-Ding. Naja, aber ich habe deswegen alle Staffeln von Brooklyn Nine-Nine geguckt. Naja, zurück, Tuve, Thema. Bimbels Zauber-Eimer. Sagt mir überhaupt nichts, aber ich will es sehen. Im Kennen mit Tarans Zauber-Kössling? Wahrscheinlich, ja. Ah, nein, das wird hier nicht getestet. Die Pluffers. Das sagt mir so ganz grau. Das ist, glaube ich, auch so irgendwie Tiere im Wald. Das ist alles furchtbar. Bob und Bobette war, glaube ich, so ein franco-belgisches Ding. Auch so grob in Richtung Gastron, sage ich jetzt mal. Priestley und Sneasley. Das ist, glaube ich, Hanna-Barbera. Ich würde mich nicht so aus dem Fenster lehnen. Die hatten anscheinend doch auch manchmal so ein paar Hanna-Barbera-Sachen mit drin. Das ist immer schlecht. Das ist das, wo es selbst für Cartoon Network zu schlecht war. Ja, Buttons and Rusty sagt mir überhaupt nichts. Cardichon, das hatte ich mit in meiner Shitty-Trick-Film-Sache. Das ist so ein Esel. Das hatte, glaube ich, zwei Staffeln. Das hat man irgendwie erkannt. Ich wusste mir noch nicht wirklich, was Staffeln sind, aber irgendwie wusste ich, dass da was passiert war zwischen zwei Folgen. Das mochten viele bei mir sogar in der Klasse. Einfach nur so eine Geschichte von dem Esel, der quer durch die Lande zieht. Das war aber so super menodramatisch, wollte das sein. Aber das hatte so kein Taktgefühl für so... Vielleicht aus einer Zeit, wo Serien wie unten... Also Trickfilmen wie unten am Fluss oder Animal Farm bei den Dritten gerade rauskamen. Und ich hatte so das Gefühl, die wollten optisch ein bisschen in die Richtung und auch so ein bisschen an die Tränendrüse mal rankommen. Aber das war ganz, ganz furchtbar. Cap nach Calimero mag ich auch nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Hat eine große Fangemeinde. Ja, das fand ich als Kind ganz komisch. Da fand ich als Kind den Charakter halt niedlich. Der war halt so weichei. Für mich war Calimero immer in Canon mit... Jodotus. Aber das ist Kult. Finde ich aber auch der Meinung, dass das so war, oder? Weiß ich nicht. Für mich war das irgendwie dasselbe. Nein. Bei Calimero, bis ich zumindest... Ich bin der Meinung, dass Calimero auch ein Anime war. Oder zumindest gab es eine Version, die in Japan produziert wurde. Alfred Jodokos Quack ist ja auch ein niederländisches Urgestein. Aber auch ein Anime. Und das könnte schon sein, dass es da zumindest dasselbe Studio oder ähnliche Leute da mit beauftragt wurden. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben nochmal beide Gegenüber. Die haben doch mal aber beide gegen Thanos gekämpft. Ja, das war dann später, als der Disney alle Lizenzen aufgekauft hat. Naja, aber da konnte ich nichts mit anfangen. Gab es da nicht so ein böses, grünes Huhn, was alle anderen immer verprügeln wollten? Die Freude ist ähnlich wie Sasuke und Naruto. Captain Zed und die Traumpatrouille. Keine Ahnung. Das habe ich wirklich religiös geliebt. Echt? Ich habe mehr davon gehört, als ich dachte. Gott, das will ja. Das ist mit diesem fliegenden Schiff. Mit der Wolke. Das ist, ach Gott, das ist so, die erste... Da habe ich wirklich auch danach noch lange nachgesucht und geschaut. Und auch jetzt noch mal gesucht. Genau das, was ich vorhin meine. Jede dieser Serie, aus Schuhtown, wird irgendwo so ein gewohntes Völkchen an Fenster. Die halt wirklich leider wenig. Ich werde auch, wenn ich jetzt mir Bilder angucken würde, man würde alles kennen. Man würde bei allem so ein selbischer Magazin. Also da habe ich wirklich geguckt. Das kam halt ganz selten nur. Also als ich dann wieder geschaut habe, kam das ganz selten nur vereinzelt meine Folge. Hört man doch ewig, oder? Jochen, reib doch dein Silberpapierchen direkt ins Mikrofon. Also noch mal hier ein After-Credit-Scene zum Thema Sammeln gestern. Jochen sammelt anscheinend so Butterpapierchen. Das muss aber Minz sein. Da kann man noch Kraniche draus machen. Für später mal Ebay. Ne, ne, aber das müssen wir wirklich ein Jochen lassen. Das macht da echt immer schöne Kraniche draus. Dann, das kenne ich zumindest, Chibi Marukuchan. Das kenne ich dann aber schon auch als Gymnasium. Und das wurde mir immer von einer Freundin, die wusste, dass ich so in diesem Manga-Anime-Bereich unterwegs ist, immer wieder wärmsten. Und die hat heute gesagt, ja, das sieht aus wie so Chinchan, aber so tonalisch und noch mehr für Vorschüler. Aber, und er schätzt es nicht, das greift einige unangenehme Themen auf, wahrscheinlich. Das weiß ich gar nicht. Scheidung oder so. Das ist eine der längsten laufenden Serien, glaube ich, in Japan. Das ist, glaube ich, ein echt krasses Ding bei den Japanern. Übrigens, Calimero und Alfredo Ruspak nicht das gleiche Studio. Toei ist Calimero und TV Tokyo ist Joakus. Ah, aber es sind tatsächlich auch Calimero auch Anime-Kick. Ja, und zwar von... Weil selbst, ohne das jetzt nachzugucken, du denkst an die Serien, denkst, ja, es fühlt sich irgendwie wie ein Anime an. Ja, aber die flüssige Animationen, die Farbpaletten, finde ich, damals waren halt echt ähnlich bei allem, was irgendwie aus Japan kam. Ja, und alles aus dem Westen war nur scheiße. Das hast du gesagt. Nee, ich weiß, ja, es ist übertrieben, aber es gibt bei westlichen Studios so ganz spezielle Probleme, woran du erkennst, dass es halt nicht ordentlich ist. Hier, Choppi und die Prinzessin, da bin ich der Meinung, das ist so ein... Na, Osamu Teska-Ding. Könnt ihr euch erinnern, mit so einem Prinz? Da gibt es so von Osamu Teska, wenn es so seine berühmtesten Figuren durchgeht, da ist immer der mit dabei. Der Prinz ist dabei, der Prinz Alex, glaube ich, hieß der. Das war meine erste Berührung mit Osamu Teska, ich habe die Serie nicht geguckt. Das ist interessant, dass so das doch auch auf Erde 2 lief, dass wir schon mal tatsächlich kein Astro-Boy oder so hatten, aber halt sowas. Dann D'Artagnan, die drei Musketiere, wurde gerade erwähnt, kann ich mich erinnern, habe ich nicht wirklich geguckt, aber dann das nächste natürlich für mich schwierig in zu einer Welt oft zu sagen. Du musst dein Glas aufpassen, es kippt sonst. Ja. Als nächstes ist nämlich David der Kabouter, und da würde ich einfach mal behaupten, da hat jeder von uns mal reingeschnurrt. Du bist dich bösen, sagt mir das gar nicht. Warte. Oh. Er ist David der Kabouter, er ist 100 Jahre alt, er lebt in einem Zwergluft. Am Ende alle tot, ja, ja, der Kabouter, das schnippt mit dem Meter. Der hat ja noch einen Kabouter. Also wer mal ein bisschen einwillig tut, ist das ein. Also das sind halt Gartenzwerge, ich kenne das nur, Fuchs als Freund. Weil das in den ganzen Listen, Top Ten, traurigste Zechentriff-Serien endet. Naja, ich hab das nicht gesehen. Mich hat das richtig enttäuscht. Ach man, ist doch doof, dass die jetzt alle tot sind. Ich weiß noch, das liegt erst auf RTL, und dann wachsen zwei wunderschöne Bäume. Und das wurde damals auch von RTL so richtig krass angeteased. Die hatten da schon Monate vorher, und die haben Samstagvormittag Kindertrickfilm-Blog immer wieder David der Kabouter geteased, sodass da so krasses Scheiße wie das Endgame jetzt dieses Jahr war, oder die letzte Staffel Game of Thrones. Du musst das gucken. Das kann nicht sein, dass das dann einfach gerade im Fernseher läuft. Jurassic Park musst du doch auch Kino-Tickets extra kaufen. Und dann lief das halt, und dann dachte ich, das ist ganz nett. Und dann war das halt vorbei, und die waren alle tot, aber da war ich nicht traurig. Dann gab es noch eine zweite Staffel auch da vorne. Ja, ist okay, aber da haben unheimlich viele Leute so ganz emotionale Bezüge zu dem Kram. Dennis & Knasher noch nie gehört. Wow, fürchterlich. Das war eine der Sälen, warum ich teilweise aufgehört habe, dieses Vormittags- oder Morgens-Programm ab 5 um 4. Was ist das mit dem Sachs-Programm? Das kennst du bestimmt, wenn du es sagst. Ja, wie gesagt, wenn ich mir jetzt hier von allem Kram Screenshots angucken würde, definitiv. Das nächste ist Denver, der letzte Dinosaurier. Sagt mir jetzt auf Anhieb auch nichts. Ist das was für euch? Geht dann gleich so weiter. Detektiv-Bogey. Binky Dog ist doch auch so ein Hanna-Barbera-Odich-O-Rotts. Dino-Babies. Das ist wirklich wie ein Witz, als würde es das nicht geben. Das Detektiv-Bogey. Ach, fick den Scheiß, das sieht dumm aus. Das war, glaube ich, eine Phase. Das sieht aus wie, bei welchem Jahr sind wir jetzt? Nee, das ist einfach nur durch die Bank weg, alles durcheinander. Dore Miel. Ja. 13 Mal Europa? Hm, weiß ich nicht. Droopy, der Meisterdetektiv, das kennt man ja. So eine bekanntere Hanna-Barbera-Figur tatsächlich. Ja, Droopy ist doch aber auch Looney Tunes, oder? Ja. Echt, ist der beides? Nee. Die haben doch zu Warner gehört ganz lange. Die haben sich doch verkauft, weil sie mussten. Ah, das kann sein. Naja, aber auf alle Fälle eine uralte Figur. Ja, ja, ja. So ein Zeug gucke ich nicht mehr an. Ich gucke mir neues Zeug. Ja, ja. Ja, du bist... Zeig mal. Ja, doch. Mein Kenz. Ich habe mich von dem geekelt. Der ist immer so ohne Schmühle. Der gehört aber zu Looney Tunes. Ja, ja, ja. Hanna-Barbera hat sich sozusagen als Animatoren und Schreiber, die beiden haben sich da, die haben ihr eigenes Studio aufgelöst, sind dann Teil von Warner geworden. So lange gab es die gar nicht. Ich gehe jetzt... Nachdem sein ganzes Gimmick war ja, dass er eben immer müde und gelangweilt und was auch immer ist, aber... Und ganz langsam gesprochen hat. Ganz langsam gesprochen hat, aber wenn dann irgendjemand ihn übertrumpfen wollte oder ihn irgendwie besiegen wollte in irgendeiner Form, dann war er doch immer schneller und besser und toller. Ja, aber da gab es einen ganz ekligen Soundeffekt, der irgendwie immer kam, wenn er gelaufen ist. YouTube? Nee. Das geht jetzt. Ach Gott. So, ich werde jetzt mal ein paar Serien einfach mal ein bisschen schneller unterrammen, wenn ihr mal irgendwo einhaken wollt oder ich auch, dann einfach rein mit euch. Die Dschungelbande, keine Ahnung. Duckman sagt mir von dem auch nichts. Ein Satz für Elliot Maus. Wie gesagt, das klingt ausgedacht. Duckman. Dann, das ist tatsächlich für mich ein Thema Familie Nikolaus. Ja, klar. Dabei? Ist halt dabei? Ja, ja. Familie Nikolaus, Familie Nikolaus, sie friert nicht im Winter. Familie Nikolaus, Familie Nikolaus sorgt sich um die Kinder. Dann geht es halt um so ein Dorf in Finnland. Klingt ehrlich gesagt auch so, als ob das dir ausgedacht hätte. Die sehen sogar aus wie David und Herr Bauder und die bauen das ganze Jahr Geschenke für die Kinder und dann letzte Folge Weihnachten und dann werden die ganzen Geschenke ausgeliefert. Das war mein Ersatz, mein Ersatz dann danach. Und ich werde es dann aber noch mal brauchen. Ich werde nur noch das ausdrücken. Ich unterhalte mich noch gerade mit das so darüber, dass ich mir die Leinwand wegnehmen will, warum auch immer. Verbrennen, was sonst? Nein, ich mache gleich, ich muss nur was trinken zwischendurch, weil ich ihn ganz trocken habe. Das ist immer ganz streng mit mir, wenn ich mal fünf Minuten zwischendurch nicht arbeite. Gar nicht. Wenigstens schlägt für dich heute nicht. Ja, ja, das kommt dann noch, das kommt dann noch. Ich will ja nicht alles spoilern. Genau, also Familie Nikolaus immer so zur Vorweihnachtszeit, ein großes Ding. Die singende Familie Trapp ist auch wirklich Masterpiece Theater und tatsächlich eins, was ich nicht geguckt habe. Und wenn ich mich nicht irre, ist das doch hier, was so viele Oscars gewonnen hatte. Dieser Musicalfilm mit Nazi-Deutschland und Schweizer Alben. Wie heißt denn der? Nicht My Fair Lady, oder? Wie heißt denn das Ding gleich? Sound of Music. Sound of Music, genau. Sound of Music. Und die weißt du was? Singende Familie Trapp. Das war doch die Vorlage von der Kelly-Familie. Ja, ja. Fan. Hongkong-Pui. Ist das einfach Hongkong-Pui? Ja, das. Hongkong-Pui. Haben alle bei mir in der Klasse geliebt. Ich fand's scheiße, aber ich musste jede Folge gucken, um mitreden zu können. Ich hasse den Scheiß. Da war ich dann. Ein Hund, der Kung-Fu kann. Der war witzig. Das ist auch wie der Seppel. Eine Serie, die ich mag, Fufu. Ja, ja. Mit dem dicken, großen, weißen, knütteligen Hund mit der blauen Nase. Das ist eine franco-belgische, klassische Comic-Serie. Und das hatten die Japaner sehr gut adaptiert. Also es war halt ein Anime, der aber komplett diesen franco-belgischen, Asterix-artigen Stil hatte. Das ist auch so ein bisschen Dr. Slump-mäßig und so drüber nachdenken, mit so einem Wissenschaftler. Der konnte nicht fliegen. Weiß ich nicht mehr. Oh, dann die Freggles tatsächlich, Lieber, für die zwei. Frau Pfeffertopf, das sagt mir was. Das ist, glaube ich, auch ein Anime mit so einer alten Frau mit einem großen Kopf und so einem kleinen Gesicht. Kleine Füße. Das ist ein bisschen eine gemütliche Serie. Dann, jetzt geht's nämlich für mich auch langsam mal wieder, eine fröhliche Familie. Ganz großer Klassiker, was es zum Glück auch mittlerweile auf DVD gibt. Gargantua, weiß ich nicht. Danach wird Masterpiece wieder was, gerade in der Zeit, wo ich nicht geguckt habe. Das Geheimnis von Daddy Langbein, beziehungsweise Daddy Long Leg hieß es, glaube ich, trotzdem auch auf Deutsch. Was, glaube ich, sogar abgesetzt wurde mittendrin in der Staffel. Schade. Aber ich es nicht mehr geguckt habe. Ganz großes Ding bei mir in der Klasse, auch Georgie. Kennt ihr Georgie? Das ist ein riesen Ding in Japan gewesen. Ein Shoujo-Manga, der dann zu einem Anime verwurstelt wurde mit einem Waisenkind in Australien, was dann da adoptiert wurde von einer Familie. Und wenn die dann ein bisschen älter wird, so zwölf wird oder was, dann finden ihre beiden sozusagen Stiefbrüder, die dann auf einmal heiß. Und wollen die bumsen. Wo ich dachte, war ich auch so sieben oder so, als das lief, dachte, das ist krass, okay. Die Kinder wollen sich ja alle wegfinden. Das ist aber halt ein ganz großer Klassiker. Geschichten aus dem Bärenland. Geschichten aus dem Wacholderwald. Die Giri-Saurus-Geld. Oh nein, die Glücksbärchis. Die Glücksbärchis liefen auch. Ich möchte ein Glücksbärchi sein. Das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchi sein. Das geht doch sonnenklar. Ja, das lief aber, glaube ich, nicht ursprünglich auf RTL 2, sondern erst woanders und dann später auch mal auf RTL 2. Glaube ich. Ja, ja, nee, Glücksbärchi ist meiner Meinung nach aus so die Tele-5-Urgestein, also in meiner Erinnerung. Ja, Krims Märchen ist so eine, auch eine Anime-Adaption von mehreren Sachen. Ich glaube, das war einfach nur verschiedene krimische Märchen, die dann aber nicht so auf eine Staffel ausgedehnt wurden. Hallo Kurt, großer Klassiker. Hallo Kurt, hallo, hallo Kurt. Hallo Kurt, Gott sei Dank gibt es dich. Du bist mal wieder die Rettung für mich. Kein Hund war jemals gescheiter. Hallo Kurt, lass mich nicht im Stich. Hallo Kurt fand ich ganz fantastisch, ganz furchtbar, dass die das komplett eingedeutscht haben. Die heißen halt alle mit japanischen Namen und dann haben die halt in der deutschen Version alle so Namen wie Denggolf und Rudolf und Klaus und wohnen angeblich irgendwo in Norddeutschland. Aber wenn, dann macht man es so. So macht man es doch richtig, oder? Ja, genau. Wie so Bud Spencer, Territz, irgendwelche kleinen Schlägereien reinzuschneiden. Ja, da geht es um das Mädchen Anna, Anna Backfisch hieß die glaube ich, die hat ihren Vater verloren und die zieht sie ihren Onkel und ihre Mutter ist Designerin in Paris und ihr Hund ist auch noch gestorben. Also es ist all in wirklich beim Schicksal. Und dann findet die so einen ollen Straßenköder und dann findet die am Anfang noch scheiße und das ist der lustige Kurt. Und das gebe ich der Serie. Der Kurt ist für mich bis heute eine zu den prägendsten Trickfilmfiguren aller Zeiten, als es so eine tolle Figur ist. Und dann ist es natürlich ja Haustier in Anführungsstrichen, aber Kurt ist nicht so ein richtiger Hund. Also im Kanon der Serie schon, aber der ist wie so ein Comedic Relief, was nicht so richtig da reinpasst. Es gibt so ein paar Tiere in der sonst recht geerdeten Story, also so eine Coming-of-Age-Slices-of-Life-Story. Und da hast du aber so ein paar einzelne Tiere, die mehr wie so Unitoons-Regeln folgen. Das ist ein interessantes Konzept und das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, oh du musst jetzt schon aufpassen, was du in der Grundschule so kommunizierst, was du alles guckst. Bei Hallo Kurt dachte ich so ein bisschen, das soll ich nicht mehr jedem erzählen. Und da habe ich so eine schöne Anekdote, wo ich dann schon gesagt habe, ich bin jetzt acht oder neun, ich kann nicht mehr erzählen, dass ich irgendwie so eine Serie über Mädchen und Hunde angucke. Und dann war dann mal so ein krasser Typ bei mir in der Klasse und irgendwie über so ein paar Ecken hat sich dann jemand über Hallo Kurt lustig gemacht. Ich habe so ein ganz kleines bisschen Schutz, also so ein bisschen Partei ergriffen für Hallo Kurt, aber nur so ganz kleinlaut. Und der andere Mensch, oder wie gesagt so ein krasser Typ, dem du eher zugetraut hättest, dass er in seiner Freizeit Hunde häutet, hat so gemeint, »Ich will nicht reinkommen, Hallo Kurt, das ist klasse!« Da dachte ich, aha, das sind wohl einige, die halt so ein paar Leichen im Keller haben, was Mädchenkonsum anbelangt. Habe ich auch im Laufe meines Lebens dann genügend dieser Anekdoten noch gesammelt, weil man irgendwie bei so einer Nazi-South-Party dann jemand anfängt, dass er gerne Kingdom Hearts spielt oder sowas. Also die Welt ist manchmal klein, was das anbelangt. Und Hallo Kurt habe ich dann nochmal viele, viele, viele Jahre später auf DVD nachgeholt und wollte es mir da Sue angucken. Und die fanden das furchtbar, wir mussten es dann abbrechen. Und ich muss aber leider auch sagen, dass es extrem an Charme verloren hatte. Und natürlich hat es auch mein Seelverhalten eingeschränkt, dass ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte. Weil ich immer dachte, Sue, wenn du doch nur lange genug durchhältst mit mir, das wird noch besser, ich verspreche es dir. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es noch besser wird. Aber trotzdem, ich habe das als schönes sehr in Erinnerung, aber es hält sich halt nicht alles unangefochten im Laufe der Zeit. Dann noch ein Anime, Hikari, die kleinen Superstars. Das habe ich auf Tele 5 geguckt. Oh, Hikari, oh, Hikari, keine andere ist wie sie. Hikari, Hikari, wie sie sich, sie voll im Kreis bewegt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es weitergeht. Ging es im rhythmischen Sportgymnastik, war echt nicht schlecht. Im Land ist Zauberos von Oss. In 80 träumen um die Welt. What a twist. Klingt scheiße. Inspektor Gadget lief da auch. Nö, mag ich auch nicht so gerne. Itzi Bitsi. Ja, was hasse ich. Das war scheiße. Ja, das war richtig scheiße. Aber ich habe das immer geguckt. Ja. Dann Gini. Ist das eine Trickfilmversion von Gini, der Flaschengeist? Wie steht das hier, oder? Nee. Nee, das ist hier was anderes. Das ist der Falco. Ja, stimmt. Der Trickfilm zum Song. Chim, der Regenwurm. Chin, Chin und die Panda-Patrouille. Kängurus, fit für Basketball. Also, Verzeichen. Das habe ich richtig gerne geguckt. Echt? Kängurus, mein Lieblingstier, waren damals. Egal, die Scheiße, die Serie. Ja, die war fürchterlich, aber es war mit Kängurus. Ach ja, die sagen mir was. Ah, furchtbar, ja. Ich habe gerade ein Screenshot geguckt. Der Kater mit den Zauberstiefeln. Dann, haltet euch fest, Kickers. Ich glaube, das war bei mir im Dorf der Durchbruch. Auch generell. Also, ich meine nicht nur, was die 90er anbelangt. Ich meine nicht nur, was Medienrezeptionen anbelangt. Ich sage mal, was menschliche Entwicklung anbelangt. Kickers, das war das Ding, wo dann alle angefangen haben mit Fußballspielen endgültig. Wo dann alle versucht haben, Teufelsdreier nachzumachen. Haben wir das Kickers-Opening noch zu? Ja klar, aber doch jetzt. Jetzt nicht. Aber es ist häufig immer noch auf Conventions gewünscht. Das Kickers-Opening. Kickers habe ich auch geguckt, aber ich fand das dumm. Als Kind fand ich es dumm. Und ich habe es später sogar irgendwann nochmal so randommäßig angeguckt. Ich liebe die Kickers. Kickers sind, glaube ich, auf meine... Ich habe ja mal vor ein paar Jahren Liste gemacht, meine Top Ten animiert. Die waren, glaube ich, so auf Platz drei. Das ist auch nicht so schlecht. Ich habe es als Kind fand, weil Fußball hat mich halt eigentlich nicht interessiert. Ich habe das mal gehabt. Ich habe das immer früh geguckt, vor der Schule, glaube ich, kam das. Und habe das aber nie irgendjemandem erzählt. Und dann im Sportunterricht saßen wir so die Jungs zusammen in so einer Gruppe. Und dann einer, auch so ähnlich wie du es erzählst, einem Typen, dem man es nicht zutraut, hat dann gesagt, naja, ich muss euch jetzt was erzählen. Und du darfst mich auch bitte nicht auslachen. Und dann hat er erzählt, dass er Kickers guckt. Und alle so, naja, und? Ja, das ist das Problem. Und dann habt ihr ihn aber trotzdem verprügelt. Hey, nee, das war unser Game of Thrones damals. Ich weiß, es ist alles unser Game of Thrones gewesen. Aber das hat jeder geguckt. Das war so ein Gassenhau. Erinnerst du dich noch an die Folge, wo sie gegen die Computermannschaft spielen müssen? Vielen Dank. Das ist so schade, dass das nur fucking 26 Folgen sind. Was? Ja, das ist ganz kurz. Das ist echt eine super kurze Serie. Deswegen habe ich die auch bestimmt zehnmal rauf und runter geguckt. Ist das das, wo auch ein Zeitsprung drin ist? Nein. Nee, du meinst die tollen Superstars. Fußball, Superstars. Okay, Vengor. Captain Tsubasa. Das meine ich, nicht Kickers. Das habe ich aber auch geguckt. Das Problem ist, die Kickers sind in Japan eher so eine Kopie von Captain Tsubasa. Aber in Deutschland kam die eher raus. Und für mich sind die Kickers auch ein fast perfekter Anime. Und die Superstars kamen ja dann auch und die finde ich furchtbar doof und langweilig. Ich habe dann auch die Manga zum Teil gelesen. Kickers ist halt auch realistischer. Wenn ich halt immer mal probiere. Ja, klar. Und ich habe ja damals auch schon Fußball gespielt. Und ich dachte, ja, aber so ist es. Klar, du machst jetzt nicht irgendwie so ein Dreier-Salto und bleibst dann fünf Minuten in der Luft. Aber das ist noch okay. Aber wie so im Wesentlichen dieses ganze Thema Fußball aufgegriffen wurde. Auch so ein paar Trainingssachen sogar. Aber ich dachte, genau sowas habe ich auch trainiert. Sodass du zum Beispiel einen Fußball nimmst und versuchst den ganzen Tag mit dem Fußball durch deinen Alltag so durchzukommen. Dass du den halt auch, wenn du beim Treppensteigen bist, musst du den immer dabei haben, dass du ihn nicht in der Hand nehmen. Solches Training habe ich gemacht. Dadurch hast du halt so eine Ballsicherheit entwickelt. Weil du versucht, den Ball durch Wellen durchzuschießen, um deine Schusskraft zu erlösen. Naja, also nicht vielleicht genau das, aber schon auch im Wasser Fußball gespielt haben wir auch. Weil es dann dadurch schwieriger wurde. Es hat nicht wirklich einen Trainingseffekt, aber du lernst eher sowas wie Reflexe. Also es ist mehr so ein indirektes Ding. Irgendwie bei Ranma 1,5, wo der Tioga diese Box-i-Tank-Kids lernen muss. Und die hauen immer diese Steine an den Ranen. Der soll diese Bruchstelle da finden, wo er mit einem Finger an den Steinrand drückt und dann zerbricht der Stein. Und das klappt aber tausende Versuche lang nicht. Und irgendwann hat er es dann mal. Aber dann stellt er fest, das eigentliche Training war, dass der tausende Steine abbekommen hat. Weil er dadurch super viel Defense bekommen hat. Ja, aber das war schon cool bei den Kickers alles so rübergebracht, das Thema Fußball. Und dann Superstars. Hab ich natürlich auch geguckt, wie jeden Scheiß. Das hat mir aber nie gefallen. Ich glaube auch nur in Deutschland sind die Kickers so extrem populär. Müsst du mal eigentlich die Lizenz für die Mangas mal aufkaufen, weil die Dinge mit uns rauskommen. Kittenplay, nie gehört, klingt furchtbar. Dann als nächstes wieder einer meiner absoluten Favorites, die Kinder von Berghof. Wo die Gipfel zum Himmel ragen und die Bäge den Gletscher tragen. Wo die Glocke der Kühe läuten, die so hoch auf den Almen weiden. Wo das Rauschen der Wasserfälle dich hinaufführt zur fessen Quelle. Zwischen Wiesen, Wald und Stein, liegt mein Dorf so still und klein. Hier in unserem kleinen Tal, liegt man ohne großen Ast. Ist der Weg zu uns ein Schmarrn, komm zu uns, sei unser Gast. Erste Folge Mutter stirbt. Das ist immer das Ding bei den World Masterpiece Feeder-Serien. Das sind immer spätestens nach ein paar Folgen halb weißen. Gebt denen noch ein paar Folgen mehr und das sind ganz weißen. Das ist immer heftig, was die Kinder für einen Scheiß fressen müssen. Das ist heftig, das ist echt Niklas. Kinder von Berghof ist eine superschöne Serie, die ein Schweizer Album spielt. Wo es um Lucien und Annette geht. Und wie die beste Freunde sind. Und durch das Schicksal gebeutelt werden. Sich zerstreiten und Spoiler am Ende wieder zueinander finden. Und echt verdient. Und komplette Antithese zu Lost. Wir hatten das schon mal in einem anderen Podcast. Wenn du dir so eine Freundschaft verdienst. Und verdient aber auch eine Freundschaft kaputt geht. Was ja auch Bafi zum Beispiel besser macht. Und dass es dadurch umso mehr wirkt. Dass das halt wirklich dich so fertig macht als Zuschauer. Dass du 40 Folgen lang weißt, die sind doch eigentlich beste Freunde. Die sollen sich wieder lieb haben. Gibt es auch auf DVD, soviel ich weiß. Kann man nachholen. Sollte man nochmal nachholen. Sollte man seinen Kindern zeigen. Das kleine hessische Helmplein. Keine Ahnung. Nächst wird Masterpiece-Feder. Die kleine Prinzessin Sarah sollte auch eins der populäreren sein. Mit diesem Mädchen. Was glaube ich von so einem indischen Kolonialmensch da die Tochter ist. Der reich ist. Aber dann stirbt auf einer Expedition. Und dann mittellos zurückbleibt. Und in ein Waisenhaus gesteckt wird. Und statt einem reichen Mädchen. Was gerade noch auf einmal ein furchtbar bettelarmes Mädchen ist. Was friert und keine Schuhe hat. Und hungrig ist. Ich glaube Daenerys Targaryen. Ja stimmt. Die wird dann noch von so einem fetten Buschmann gebumst. Und erkennt dann, hey Drachen. Naja, kleine Prinzessin Sarah fand ich damals okay. Aber das hat glaube ich so mit die krassesten Fans. Die kleine Robbe Alper. Das ist scheiße. Also ich verstehe voll, dass dann danach dieser Trend mit diesen Robbenkloppen ausgibt. Einer der ganz großen Klassiker, Lady Oscar. Ne, ich fange jetzt nicht an, die mit das Opening zu sehen. Aber trotzdem, der Schluss des Openings. Trotzdem ist sie immer Ladylike, denke ich mir. Nachdem so oft gezählt wird, was die alles Gutes kann. Fechten, Reiten, Alps, Maul hauen. Ein Mann, na, willst du immer noch Ladylike? Dürftest du 2019 nicht mehr so machen? Aber auch sehr harte Serie. Ich muss dann immer an die eigene Szene denken, wo du denkst. Oh, jetzt ist mal zwischendurch alles gut. Alles hat sich zum Guten gewendet. Dann kommt so ein Typ, so ein Bösser und schießt aus seiner Kutsche so ein Kind tot. Da hat sich mal meine Mutti mit mir diese Trickfilme angeguckt, die ich immer komme. Die dachte halt, das ist so hier Kurvieh und Pluto und ein Pankin. Headshot. Little Wizards, die kleinen Zauberer. Little Wizards. Ja. Sag das nicht zu laut. Ich habe die nächste Idee für J.K. Rowling's nächste Serie. Die Nippel Wizards. Nein, Little Wizards. Klingt furchtbar. Lucky Luke, ganz ehrlich, ist auch nicht meins. Dann einer meiner absoluten Lieblings. Anime, oder wie man das ausspricht. Of all the times and space. Auf Deutsch, die Macht des Zaubersteins. Wir kennen es natürlich als Nadja Siegmund. Nadja. Was ist das? Nadja. Look, wo du heißt der Stein. Jeder will nie haben, dass sie mein Finger weg von meinem scheiß Stein. Nadja ist gut. Gut, also soviel ich immer, Lester über Guren Lagann, aber Studio Gainax, die machen schon alle fünf Jahre mal was Geiles. Und das ist so ein Perfect Storm. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was Ghibli entwickelt hat, wo dann wieder so diese World Masterpiece-Fiederkompetenzen reinkommen. Die haben es wohl aber outgesourced an Gainax, die man ja damals vor allem durch so Neon Genesis-Evangelien kannte. Ich weiß gar nicht, ob die es damals schon hatten, Neon Genesis-Evangelien, aber was jetzt eher kam. Und das ist im Prinzip eine Chilverne-Geschichte. Es spielt auch so 1900, ich glaube genau 1900, Weltausstellung in Paris ist der Startschuss. Und dann kommt dann die Nautilus mit Captain Nemo und sowas mit rein. Und das wird so ein richtig krasses Science-Fiction-Ding. Und bis heute eine der besten Finale-Episoden für eine Serie, nicht nur Anime, sondern generell aller Zeiten, was da alles passiert. Also da muss jetzt erst noch so ein Game of Thrones oder was rankommen mit seinem Serien-Finale. Das war schon richtig heftig. Und das Ding hat nur 39 Folgen. Ein paar davon sind die Infamous-Insel-Hopping-Filler-Folgen, die viele Scheiße finde, die ich aber echt noch so schlimm finde. Also es ist halt wieder dieses Ding, mach doch mit der Story weiter. Hampelt dann nicht auf dieser doofen Insel. Ja, das stimmt schon. Nehmt Pilze zu euch und habt Hallo. Ja, ist halt Quatsch, klar. Aber ich sage mal, das hat einige interessante Dochenji zutage gefördert. Ja, das auf jeden Fall. Und auch eine schöne Figur. Ja, ja. Also muss ich auch sagen, gibt es für mich keine Ausrede, warum man das nicht gucken sollte. Also das ist, glaube ich, ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht das letzte Mal vor 15 Jahren oder so. Also es gab dann nochmal im frühen 2000er und auf Tele 5 einen Anime-Blog, die ganz viel von diesen RTL-2-Sachen wiederholt hatten. Und da habe ich es nochmal angucken können und dachte, na, es hat sich wunderbar gehalten. Und ich behaupte auch, wenn ich es jetzt gucken würde, ein paar Sachen fände ich so ein bisschen fischig, so ein bisschen cringy, würde man heute sagen. Du hast doch so ein paar, na, so gegen Ende wird es ein bisschen pädophil, was so eine Sache anbelangt. Aber ey, komm, das ist eine andere Zeit. Und ich finde halt diese ganze Mythologie, die die Serie aufwirft, mit diesen Bibelanleihen, aber ich will nicht zu viel jetzt verraten, wenn ich jetzt sage, was so dieses zentrale Ding ist, was dann, ich sage, es ist schon relativ früh nach neuen Folgen oder so, weiß es ist, nehme ich schon zu viel vorweg. Aber was halt den Science-Fiction-Teil ausmacht, meine ich damit nur. Weil du ja am Anfang wirklich nicht so krass damit rechnest. Du hast halt deinen Eiffelturm und so einen Zeppelin und so ein paar verrückte Erfindungen, weil halt einer deiner beiden Helden ein verrückter Erfinder ist, der halt allen möglichen Scheiß macht. Das ist immer noch so Steampunk-mäßig geerdet irgendwo, auch wenn es in der Luft teilweise stattfindet. Und dann kommt aber schon dieser Anime-Bullshit, aber halt nicht in diesem Gurren Lagann-Maß, sondern in dem Maß, wo ich sage, ja, das ist sehr gut, weil ich damit gut arbeiten kann und jetzt verstehe ich, was da passiert. So ein bisschen Magie ist auch mit dabei. ist aber halt so eine schöne, sagen wir auch so Familiengeschichte und ein paar richtig tolle Figuren, denen du in erster Linie folgst und die funktionieren tatsächlich nach örtischen Regeln, das finde ich immer gut. Also es verwandelt sich auch niemals zwischendurch auf jeden Fall irgendwie in Skelettsaurier oder so. Ja, dann hatte ich vorhin, genau hatte ich in einem anderen Teil des Gesprächs das Mädchen von der Farm mit Katholien ab meiner... Platz 2, glaube ich, war das mal mein Lieblings-Anime. Platz 2 bis 4 irgendwo. Habe ich aber auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Also es wären jetzt schon fast 30 Jahre bald. Also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich habe mal nochmal die erste Folge nochmal angeguckt vor ein paar Jahren. Und da habe ich gesagt, doch, doch. Also das ist echt auch Ghibli-Niveau. Jetzt nicht so krass durchanimiert, aber die Atmosphäre, die da aufgebaut wird, das ist schon richtig krass für News in den Fernsehserien, sage ich jetzt mal. Mila Superstar hat man ja schon vorhin bequatscht. Klassiker habe ich nicht geguckt, als es rauskam, später nachholt. In dem Podcast oder im Vorgespräch? Das frage ich mich einfach. Im Vorgespräch. Im Vorgespräch. Sag mal, könnt ihr euch noch an die Mila-Folge erinnern, wo die gegen die Roboter-Mannschaft kämpfen muss? Na klar. Ja genau, im Vorgespräch hatte ich halt gesagt, was mich halt so ärgert, Mila ist insgesamt eine gute Sport-Anime-Serie. Nicht so gut wie die Kickers, aber echt, ich habe damals auch den Hype mitbekommen. Und das hat dazu geführt, dass bei mir, ich sage mal, mindestens die Hälfte der Mädchen in der Klasse angefangen hat, Volleyball zu spielen, aber... Meine Schwester hat deswegen Volleyball angefangen. Ja. Bis heute. Also tatsächlich aber auch, haben ja auch die Kickers das Fußballspiel, zumindest bei mir im Erzgebirge, nochmal forciert. Aber das war halt bei mir eine Serie, die ich angeguckt habe, weil die wirklich sehr praktisch genau dann anfing, wo ich von der Schule daheim war. Und da fing die gerade an mit Laufen und deswegen, ja, war das immer so das Erste, was ich dann nach der Schule angeguckt habe. Ja, mhm. Fand ich die Mila heiß? Ich glaube, da waren noch zwei, drei andere dabei, die... Noch besser als auch. Midori oder wie die hieß. Die Rotarge? Nee. Mila und Milo. Die anderen zu wenig erinnern. Die Olga oder wie die hieß, die Russin. Das Problem ist, ich mag ja sowieso eher die Nebencharaktere. Ja, Mila ist auch ein bisschen schwach charakterlich gezeichnet. Also die Midori war halt diese, ich bin gegen dich. Aber das bringt halt immer so diese nötige Spannung rein, diese ganzen Sportanime. Das ist komisch, weil ich es die Kickers nicht hatten, aber ne. Ne, Mila habe ich halt damals boykottiert. Ich habe vielleicht nur zwei Folgen mitbekommen. Aber habe dann wirklich meinen Hut ziehen müssen, als ich es dann viel später nochmal nachgeholt habe. Und gesagt, ah, es ist schon wirklich sehr gut. Dafür, dass es halt auch so eine alte Serie ist. Die Mila, der Mila Opening Song wird auch auf Conventions sehr oft gewünscht bei uns. Und was ich im Vorgespräch nochmal angeprangert hatte, es gibt etwa zur Hälfte der Serie, ein bisschen über die Hälfte hinaus, so diesen dramatischen Höhepunkt, dramaturgisch-dramatisch, je nachdem, wo jemand stirbt. Spoiler! Und es ist halt so krass, wie das aufgebaut ist. Auch für die damalige Zeit, so dieses ganze, der ganze Aufbau der Szene. Das ist so richtig gut, dass du dann halt umso mehr denkst, oh, die Kinder damals in meiner Klasse haben das ja schon vor zehn Jahren miterlebt, diesen Moment. Das muss ja auch ganz schön an denen genagt haben. So, Red Wedding. Und danach kommt dann gleich die denkbar schlechteste Folge, was gerade Huggy auch nochmal komödiantisch aufgriff. Und das nehme ich halt der Serie übel. Aber ansonsten kannst du gucken. Und ich glaube, gerade wenn du Kinder hast, ist das nochmal ein schönes Ding zum nochmal reinhauen, kriegst du auch ganz leicht überall nur hergeschmissen. Es ist halt wirklich eine von diesen wenigen Mainstream-Serien, wo du so knapp unter Sailor Moon, sage ich jetzt mal, wo du natürlich auch immer irgendwo eine DVD-Box hast. Auch teilweise, glaube ich, für zehn Euro die ganze Serie schon gesehen. Mit Mila fängt es bei mir an, mit die Anime. Das ist der erste Anime, an den ich mich erinnere. Wegen deiner Schwester? Ja, meine Schwester hat das halt geguckt. Die hat dann auch Sailor Moon und sowas geguckt. Ich habe das finde, hat auch alles geguckt. Ja. Dann kommt direkt danach wahrscheinlich was, was nicht ganz so wichtig war für die künftigen Generationen. Mr. Tier. So, Mr. Tier. Jetzt, wo ich das seelig finde, was gab es. Ich habe letztens einen Thread auf Twitter gesehen, da ging es um alle Scooby-Doo-Klone und es gibt hunderte Scooby-Doo-Klone. Das war mir nicht bewusst. Und da ist auch das Mr. T. mit dabei gewesen. Ja, das ist auch so verrückt. Weil du halt dein, naja, nee, ich fange nicht an jetzt mit Mr. T, aber der Typ, der halt mit so Kindern rumrennt und das ist ein bisschen creepy. Und einer ist ein weißer kleiner Junge, der aber aussieht wie Mr. T. also das Styling von Mr. T. hat. Also Mr. T, das ist eben auch so eine Hommage an die 90er. Aber das hätte in keiner anderen, also Zeit, keine drei Jahre später hätte es die Serie gegeben. Das war die Zeit. War das nicht auch immer mit so He-Man-mäßigen, hey, Kinder, nehmt keine Drogen? Naja, wollte ich gerade sagen. War das nicht so relativ kurz, die Folge? Das weiß ich nicht mehr, aber ich fand Mr. T als kleines Kind wirklich richtig cool. Also den echten, der nicht mit Zeichen war. Und das hätte ja eigentlich die Zielgruppe damals sein müssen dafür, aber ich fand das unglaublich schlimm. Ich frage mich echt, bei diesem ganzen Ami-Zeug vor allem, hat da mal jemand Marktforschung betrieben, ob jemand wirklich das will? Aber auf der anderen Seite, ich denke das halt auch bei sowas wie Glücksbär jießen, das hat riesen Fangemeinden, so ein Schmott. Dann nächstes wird, Master PS Theater, die Fortsetzung von Eine fröhliche Familie. Ich muss jetzt ganz kurz... Eine noch fröhlichere Familie. Eine schrecklich fröhliche Familie. Mrs. Jo und ihre fröhliche Familie. Und ich will jetzt nichts speuern über Eine fröhliche Familie, aber das ist ganz interessant, weil das basiert auf den Romanen Middle Women, ist so eine Romanreihe, das war damals das Harry Potter der Jahrhundertwende, also 19. auf 20. Jahrhundert, das war wirklich kanadisch, ich weiß nicht genau. Gab es mehrere Reihen davon sogar, die mehrere... Das Kind, das hat eine Witz wie Lache oder Weine, ich weiß nicht, was das genau ist. Ich weiß nicht, ob man es im Podcast hören wird, das klingt ein bisschen wie ein Maschinengewehr. Nein, das wird man nicht. Jedenfalls, die Romane umspannen mehrere Generationen. Es gab auch mal einen ganz okayen Film mit Nasad, Stranger Things, die Mutti, bin ich blöd. Bei Nona Ryder, genau, und im Übrigen so Christian Bale und so weiter haben da mitgespielt, also ganz gut besetztes Ding aus den frühen 90er Jahren, kann man gucken, sehr melodramatisch, aber so ist die Geschichte. Und ich will nicht zu viel verraten, aber in den Romanen stirbt dann eine der Hauptfiguren. Und obwohl die World Master PS4 der Szenen nicht verlegen sind, zur Not auch mal einen Hauptcharakter in der letzten Szene noch zu töten, haben sie das unter den Teppich gekehrt. Du hast die erste Staffel, wo das angeteast wird, es passiert aber nicht, dann fehlt praktisch die Umsetzung des zweiten großen Romanzyklus und dann kommst du auf einmal schon an den Punkt raus, wo die Figur schon tot ist. Nun, das habe ich der Serie ein bisschen übel genommen, weil ich das halt wusste schon damals, wie die Geschichte verläuft. Aber es sind beide sehr gute Serien, also die erste Staffel vor allem ist ziemlich ein Kultspiel während des Bürgerkriegs in den USA und da habe ich auch viel über USA gelernt dadurch, also auch über diese Zeit und kenne mich wahrscheinlich allein dadurch besser aus, als die meisten Amis hier im Land kennen. Okay, Mott, M-O-T, keine Ahnung, Muppet Babies, so ein Scheiß, abgekupfert von Watchmen Babies, Nadine, Stern der Szen, so ein matchige Girlding, was glaube ich auch vor 100 Jahren in Paris spielt, nicht geguckt. Die neuen Abenteuer der Kabouter, das, wie gesagt, das Spin-Off dann von Davido Kabouter, oder was dann mehr in so einer Stadt spielt. Nusels. Nusels habe ich geguckt. Das ist ein Anime, der in Australien spielt, mit so Zauber-Koalas. Sagt euch das was? Ja, aber ich habe es nicht geguckt. Ich kenne es von mir. Ich habe das als nicht so schlechte Erinnerung, aber ich weiß nichts mehr davon, außer dass die gerne Eukalyptus gegessen haben, nichts anderes, wie echte Koalas, dann sterben die immer. Ovid und seine Bande, das irgendwie macht da was Klick bei mir, aber... Das sagt mir nichts. Irgendwas... Also kein Anime-mäßens würde es mir was sagen. Pandamonium? Wahrscheinlich so mit Pandas. Das war cool. Echt? Die haben so kleine pyramidenförmige Dinger gesammelt und haben daraus was Großes gebastelt. Ich weiß es nicht mehr, ich habe nur ein paar Folgen davon gesehen, aber die waren cool und die konnten sich auch irgendwie ineinander verschmelzen, so Power Ranger-artig und wurden dann zu einem Riesenpanda. Die haben einfach nur Geschlechtsverkehr gehabt. Guck mal, Mutti, das sind Power Rangers, the Viewpoint. Ja, das war so das erste Steven Universe. So verschmelz und hallo. Ja, ich hätte jetzt eher an wie Bear Bears gedacht. Naja. Und die hatten so einen Bösewicht, wo glaube ich auch nur so eine pinke Kutte ist, ohne Gesicht. Wie damals alle Bösewichte waren. Ist aber echt auch so ein bisschen wie Mumra. Wie was? Mumra. Also Mumra. Mumra. Na von Thundercats. Ach so, ach Gott, ja, du kommst ja mit irgendwelchen alten Rotz. Muss ich gar nicht sagen. Dann, also angeblich lief auf RTL 2 Peter Pan, der World Masterpiece Theater Anime. Oh ja, oh ja, Mister. Also Peter Pan ist auch in meinen Top Ten der Lieblingsanime aller Zeiten. Das ist auch gern. Kam aber erst sehr spät dazu, als das auf RTL damals noch im Samstagvormittagprogramm lief, fand ich das nicht schlecht. Mein Problem war aber, dass du bei einer, ich weiß nicht, über 40 Folgen Anime-Serie nur eine Folge pro Woche hattest. Irgendwann habe ich sie nicht mehr ausgegangen. Ich bin ja irgendwie mal aus. Und dann habe ich das dann später nochmal kompakt auf dem Kinderkanal, aber bin ich der Meinung nach geholt, in frühen 2000, nochmal das erste Mal alle Folgen gesehen. Und das ist wirklich, das ist so dieses Schloss im Himmel Ghibli-Ding. Also ich weiß nicht, ich habe es hier, also mindestens drei haben es gesehen in unserer Runde, Philipp Jocken, habt ihr mal reingeschaut irgendwie. Na Putter? Ja. Nee, Peter Pan, der World Masterpiece für den Anime. Das habe ich auch sehr gemocht. Ich hatte einen ganz dollen Kleinkind-Crush auf dem Peter. Ja. Und Fanto Tinkerbell halt viel besser als die Blöde von... War für mich damals auch so das erste Mal, dass ich so eine überzeichnete Nase da bei so einem Anime-Helden gesehen habe. Was ich mittlerweile ganz cool finde. Damals fand ich es immer komisch. Das hat mich auch, so was ich jetzt mache, total geprägt. Das ist so etwas, was ich lange mit mir jetzt noch umgebracht habe. Auch so ein Beispiel, wie unendlich viel besser ich diese Peter-Pan-Adaption finde im Verhältnis zu dem Disney-Film. Und das ist halt auch ein geiler Story-Arg. Und ein kleiner Spoiler, du hast zwei große Story-Args und du hast wirklich so eine Conclusion für diesen ganzen Captain-Hook-Kram, der so richtig geil episch ist. Ich sage nur Stichwort der Regenriese oder wie das Ding hieß. Das ist so geil, wo du dann einfach mal zur Hälfte der Serie spitzt sich alles so zu. Und es ist auch so eine mythologische Welt, die die geschaffen haben, die halt nicht so Zauberer von Oz oder Alice im Wunderland mäßig so random ist, sondern wo es auch wie bei Game of Thrones gewisse Regeln gibt, verschiedene Gruppierungen, zum Beispiel der Stamm der Entianer von der Tiger-Lily und so weiter. Und halt die Piraten, die halt aber alle auch genügend Screentime bekommen. Und dann kommt aber so dieser ganze mythologische Überbau, der sich halt auch durch diesen Nebelriesen oder Regenriesen dann nochmal so richtig krass manifestiert zur Hälfte der Staffel. Und dann hast du wie so einen Cut und dann beginnt eine neue Geschichte. Und das hatte ich halt als Kind nie gesehen. Und dann war ich so richtig überrascht und dachte, hä, es gab da nochmal so viele Folgen, wo nochmal so viel Zeug passierte. Gibt es auch so eine schöne Folge, wo die mal auf einem See fest sitzen. Und dann ist so ein riesiges Seeungeheuer und die können sich nicht bewegen, weil das Seeungeheuer die sofort fressen würde. Das ist 1 zu 1 der Kornwelt bei One Piece. Also richtig gutes Ding. Gibt es leider auch nicht auf DVD so viel. Ich weiß, es gab mal im frühen 2000er, was so immer, zwei Folgen auf einer DVD. Und dann hat dann jede DVD 30 Euro gekostet. Nee, nicht mit mir. Aber das ist auch so eine Serie, die muss unbedingt nochmal rauskommen. Weil es eine ganz große Schweinerei wäre, aufgrund der Tragkraft dieser Serie, was die halt noch an Power hat. Und die ist halt, finde ich, immer noch gut anguckbar. Gerade für die Kids, die halt sagen, ja, ich will ja nicht fröhliche Familie angucken, wo die deutschen Einwandererbabys an Typhus sterben. Das ist nicht so meins. Aber das ist halt auch so dieses angenehme Maß an Over-the-Top-Anime-Zeugs. Was wird Master PS4 das sonst gar nicht gemacht hat? Naja, richtig gut. Richtig, 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 richtig scheiße gut auf alle Fälle. Dann Popeye. Komm, Marsch Popeye. Nochmal. Popeye. Dann Popeye, Sohn und Kuh. Prinz Arthurs. Ist das ein Anime? Ich weiß nicht. Oder ist das Prinz Arthurs, die Ritter der Schwabe rollt? Das ist eine Serie. Nee, insgesamt, das sind zwei verschiedene. Ich muss das Schwabe rolltasachen sollen. Das hier. Achso, ja, ja, genau. Das sagt mir nicht, was der Anime von Prinz Arthurs. Aber ich dachte, das war so ein Tele 5-Ding. Okay. Anscheinend haben die viel von Tele 5 nahegebracht. Dann der Robin Hood Anime, was wir schon hatten. Mit der einprägenden Folge, die ganz ähnlich ist wie die von Peter Pan, von der ich gerade erzählt habe. Müssen wir wegen Europa das spielen? Nee, wo sie von so einem Sandmonster, so einer Art Skorpionmonster, habe ich in Erinnerung, angegriffen werden. Wo die dann ganz, im Großen und Ganzen handeln die die Robin Hood Story ab. Aber mit so schönen Anime-Bullshit zwischendurch immer wieder reingeschmissen. Und dann gibt es mal eine Folge, wo Robin gegen diesen Sheriff von Nottingham kämpft. Und dann müssen die sich aber zusammentun, so wie Rick Grimes und Negan, zu Hand in Hand gegen das komische Anime-Monster, was aus dem Treibsaal drauskommt. Dafür liebe ich auch teilweise Anime, für so einen Schrott. Das den kriegst du übrigens hinterhergeschmissen. Also das kam noch viele Mal im Fernsehen. Das gibt es auch bei manchen Streaming-Diensten. Sondern es ist entscheidend, dass die Lizenz kaum mehr wert ist als 10 Euro. Robinson Tsukro, das sagt mir was. Ich komme nur nicht drauf. Woken Cop? Das ist ein richtig geiler Anime. Das sagt mir irgendwie was. Das ist quasi, wo wir zum ersten Mal Privatfernsehen bekommen haben, war das auch einer der ersten Anime, die ich dann tatsächlich auf RTL 2 gesehen habe. Geht da drum, ein Typ aus den, auch das müsste dann 80er-Jahren gewesen sein, fährt mit seiner Ente der Polizei davon, weil er irgendwie abräumen will und fliegt dort dann durch den Zeittunnel und landet in Zukunft, 2030 oder so irgendwie was. Und schließt sich dort dann der Polizei an. Und die haben dort dann, er lässt seinen komischen Käfer umbauen, der dann ganz tolle Sachen macht. Ne, Ente oder Käfer, Jochen? Jetzt verstrick dich mal nicht hier. Das ist kein Avengers Endgame. Ich meine Käfer. Okay, ja. VW Käfer. Ja. Ja, und die haben irgendwie, also die Polizei fährt mit einem riesigen Gerät durch die Gegend, was dann ihr Polizeihauptquartier ist, ob er eben sich bewegen kann. Und die haben so Spezialanzüge, die sie anziehen können, wo sie dann noch krasser sind. Und da ist vor allem in der deutschen Fassung, haben die dann auch alles so richtig auf 80er-Jahre gemacht. 80er-Jahre Musik, 80er-Jahre Neoneffekte, alles Mögliche. Und der Original-Anime, den ich nämlich dann auch habe, geht auch. Ja, richtig. Der ist in der original japanischen Fassung und da klingt alles noch so nach 70er-Jahren und ganz furchtbar. Ja, deswegen habe ich das dann auch aufgegeben, mir nochmal anzugucken. Und es gibt auf YouTube einen Deutschen, der die deutsche Fassung irgendwie remastert und nochmal bereitstellt. Aber das, ganz kurz, das fände ich so krass, wo wir da bei dem Thema sind, dass es so noch diese Fan-Groups gibt, für die es halt so wichtig ist, dass die so eine Mühe in so ein Ding reinstecken, wo ich, wie gesagt, mal davon gehört habe. Ja, weil es den einfach irgendwo mehr gibt. Ja, eben, ja. Also auf Japanisch heißt es Urashiman, weil das irgendwie auch noch, der hat dann auch noch irgendwelche Superkräfte, weil er eben durch die Zeit gereist ist oder durch die Zeit reisen kann überhaupt, weil er so ein krasser Typ ist. Und dann gibt es natürlich noch den großen Bösen, die böse Vereiligung, die versucht, sich den Urashiman zu schnappen. Und deren Plan ist quasi, jede Folge ihn dazu zu bringen, zum Urashiman zu werden, weil sie sich da davon was weiß ich versprechen. Ich habe, wie gesagt, ich habe damals auch leider die Serie nie komplett angeguckt. Das war dann irgendwie, war ein Staffelfinale und da ist er dann kurz davor auszurasten. Und dann hört die Staffel aus und ich weiß dann noch nicht mal, ob die nächste Staffel überhaupt dann noch gelaufen ist. Aber bis dahin habe ich es dann nicht mehr weitergeguckt. Habe jetzt, wie gesagt, die Staffelbox aus Japan importiert. Aber weil das halt so eine furchtbare Musik ist und alles ganz schlimm, konnte ich das nicht weitergucken. Und jetzt hoffe ich eben, dass der Typ das nach und nach übersetzt. Jetzt hat er aber jetzt schon ein Jahr lang wieder nichts rausgebracht. Deswegen wird das alles ganz schwierig. Aber das ist so eine für mich in der Jugend auch prägende Serie, wo ich gemerkt habe, so cool kann Anime sein. Ja, na klar. Also, wie gesagt, ich habe es bestimmt mal irgendwo gehört, aber es müsste dann genau in dieser Phase, wo ich halt raus war, gelaufen sein. Da gibt es übrigens auch eine junge Dame mit blauen Haaren, wo für mich wahrscheinlich so ein bisschen der Trigger war, dass junge blauhaarige Damen... Ah ja, das müsste man alleine deswegen schon mal. Also ich finde, dafür hat es jetzt auch eine kulturelle Relevanz, dass es vielleicht sogar mit Gebühren, Geld und nochmal finanziert werden sollte, diese zweite Staffel oder was auch immer da noch. Die sieht so aus wie so ein bisschen wie eine ältere Bulma am Anfang von Dragon Ball. Ah, cool. Ach man, das ist dann so schade, weil es ist... Ich weiß halt genau, wie du jetzt so davon erzählst, das klingt ja auch alles cool. Du wirst da nicht rankommen. Also wie gesagt, ich habe die japanischen Staffelboxen, aber... Ja, japanisch ist bei mir immer so ein bisschen neulbrecht. Das kann man sich echt nicht anhören. Klingt cool. Ja, also da frage ich mich dann auch manchmal, ist das wirklich so teuer, das noch zu lizenzieren? Ich kenne ja mittlerweile ein paar Leute, weil ich ja auch mal für so einen Laden gearbeitet habe, die sich mit Anime-Lizenzierung auskennen. Das ist nicht so teuer. Also man kann sowas auch privat machen. Und ich kenne Leute, die machen das privat tatsächlich. Und die bringen dann kleine... Ich sage mal so tausende Auflagen oder so raus. Das Problem ist halt nur, du musst dich um alles kümmern. Du musst dich über ein halt Hang-Dub oder was auch immer du dann halt haben willst, kümmern. Das ist dann meistens auch nicht so gut, wie wenn das so ein richtiges Synchronstudio sich drum kümmert. Aber ich kenne viele, die dann halt solche Special-Interest-Sachen abgrasen haben. Die machen das dann oft mit Sachen, die nie nach Deutschland gekommen sind. Da müssten sich doch ein paar Leute finden. Also Jochen, das ist vielleicht deine Bestimmung. Und gerade der Typ, der das macht, mit dem hatte ich dann auch tatsächlich auch Kontakt. Und habe ihn dann gefragt, wie ist denn das? Ist da nicht irgendwie gerade RTL 2 oder wer auch immer der rechte Inhaber ist? Sind die da nicht dagegen, dass du dir das auf YouTube verbreitet? Und er hat dann quasi gemeint, er hofft eigentlich, dass er da von irgendwoher mal eine Reaktion bekommt. Weil er hat die ganzen Leute angeschrieben und gesagt, wie sieht es denn aus? Ihr habt doch die Lizenz. Können wir da nicht mal irgendwie eine DVD-Buchs rausbringen oder so? Ich würde es auch machen, mehr oder weniger. Und hat dafür nie irgendjemand eine Antwort bekommen. Und sagte halt, wir sollen mich verklagen. Dann weiß ich wenigstens, wer das ist und wer ein wenig rankommt. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das ja vorhin erzählt, dass ich damals in so einer Petitionsforumsgruppe war, wo wir halt ständig dann für, letzten Endes hat sich dann KSM-Anime zum Beispiel drum gekümmert, das rausbringen, wo wir halt auch immer so im Groben gefischt haben. Weil wir nicht wussten, wer ist gerade der Lizenzinhaber in Deutschland. Und ich kann schon mal so wie sagen, wenn das so lange her ist, hat er den zwei da keine Rechte mehr dran. Die kaufen das meistens für eine Ausstrahlung oder vielleicht doch mal für so einen Drei-Jahres-Zeitraum. Aber du kannst schon mal pauschal sagen, alles, was in den letzten Jahren nicht lief, die Lizenzen liegen krach. Also du musst dann nur wissen, wer mal ursprünglich sich darum gekümmert hat, weil du ja dann zum Beispiel auch oft irgendwie durch spezielle Rechte, die mit den Synchronstüten zusammenhängen oder so, musst du halt dann da manchmal nochmal gucken. Das ist total kompliziert. Und deswegen scheitern die meisten Sachen. Du hast für alles immer so eine Peer-Group, die sagt, hey, ich gebe dir selbst für diesen furchtbaren Känguru-Scheiß noch ein bisschen Geld. Aber wenn es zu wenig sind, die sich darum kümmern, dann verläuft es halt im Sand. Das ist ganz klar. Aber da waren einige Sachen dabei, wo es hieß, nee, das ist so kompliziert. Wir wissen grob, dass hier irgendwo was ist und hier ist noch irgendwas mit Rechten. Aber da jetzt lohnt es sich nicht. Und trotzdem gibt es mittlerweile die Boxen auf DVD. Also es ist nicht unmöglich. Und das habe ich in den letzten Jahren immer häufiger gesehen. Den Markt gibt es. Und man muss auch sagen, selbst diese Top-Anime in Anführungsstrichen aus Japan verkaufen sich in Deutschland in einem überschaubaren Rahmen, sodass es oft nicht so viel schlechter ist, einfach so eine alte RDR2-Serie nochmal aufzuwärmen. Naja, dann weiter geht es mit, ich finde es gerade nicht in meiner Liste, aber es muss vom Alphabet her dann Rock'n'Roll Kids kommen. Rock'n'Roll Kids war eine der allerersten Sälen, die ich damals da geschaut habe. Fand ich auch schön spielt in Tokio. Und es ist so ein Junge, ein kleiner Junge, der ist der Bruder von einer älteren Schwester, die wiederum wie so eine Affäre oder zumindest eine Liebelei anfängt, mit einem J-Pop-Sänger aus einer populären Band. Und der kleine Junge ist dann sozusagen die Figur, mit der du dann halt dieses Universum kennenlernst. Und der hat eine dicke Katze, die so eine Art Garfield ist. Und das hat sich bei mir sehr eingeprägt. So ein bisschen Slice of Life mehr. Und das war glaube ich das erste Mal, dass ich so nackte Brüste in einem Dippel gesehen habe, aber ohne Nippel, Leute. Der ist dann immer in so einem Kunumiyaki-Restaurant. Das hat sich bei mir noch so eingebrannt, weil der Papa von irgendjemand ist dann dort der Koch. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auch ein Klassiker. Er hat auch noch relativ viele Fans. Rock'n'Roll Kids ist auch eine dicke Katze dabei. Ja. Ja, muss, muss eigentlich. Ah ja. Ja, ja, na, das sagt mir halt auch was. Also Jorgen zeig mir gerade noch mal ein Screenshot. Das ist auch noch ganz grob. Der Typ links ist der Held. Dann sagt es mir was. Der sieht auch aus wie Vegeta. Ja. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das jemals gesehen habe. Gesehen bestimmt nicht, aber man hat sich ja trotzdem irgendwie informiert, was gerade so alles kommt. Die, äh, Gott, Root Dog. Hm. Hm. SOS Kroko. Hm. Dann, na gut, müssen wir jetzt nicht allzu viel überlegen. Das ist Saber Rider, die Starshares. Das ist für mich so ein Tele 5-Ding. Kam er anscheinend dann auch nochmal dort. Das ist so vielleicht mein erstes, was ich damals so gesehen habe, wo wir Fernsehen hatten. Saber Rider. Ja, habe ich als Kind gar nicht so krass wahrgenommen. Ich habe es geguckt, aber war dann regelrecht überrascht, als ich in die Manga-Anime-Szene reinkam, was das für ein Hype immer noch war. Aber es ist ja auch so furchtbar verstümmelt, wie man dann ja später festgestellt hat, die deutsche Version. Sailor Moon habe ich schon mal gehört. Sailor Moon. Ja, das weiß. Sailor Moon ist für mich eine ZDF-Anime-Serie gewesen, tatsächlich. Habe ich 1993 oder wann auf dem ZDF angeguckt? Ich habe dafür immer Judo-Stunden geschwänzt. Ich habe Kinderturnen geschwänzt. Da hättest du echte Frauen-Power lernen können. Ich bin jetzt mit der letzten halben Stunde immer noch hingegangen, aber ich wollte halt wissen, wie es ausgeht. Wollen wir Sailor Moon auch genießen für unsere Fans? Sag das Tag und du hast die Macht, hei den Mondstein fest und spür die Klav, du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Kämpfe für den Sieg über Dunkelheit, folge deinem Traum von Gerechtigkeit, du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon. Oh Sailor Moon. Mondstein fliegt und ziegt. Es ist soweit. Oh Sailor Moon. Sailor Moon. Oh Sailor Moon. Sehr oft das Wort Sailor Moon. Auch oft noch gewünscht, obwohl dann die späteren Staffeln ja so furchtbare 90s Techno-Lieder anfangen hatten, wollen alle nur dieses Original-CDF-Aubenehmen. Ja, das habe ich ja wirklich am CDF-Aubenehmen gesagt. So, glaube ich, Samstag-Vormittags-Programm kam dann immer eine Folge. Und ich habe mich auch geschämt, weil ich wusste, dass es für Mädchen ist, aber ich fand es geil. Und ich habe es dann bei REL 2, denn die späteren Staffeln, da habe ich irgendwann mal einen Anschluss verloren, aber ich habe dann über die Jahre weg wahrscheinlich schon mal viele Folgen gesehen. Für 201-Episoden. Ich habe ja die Freundin, die mich zu Buffy gebracht hat, die hat mich auch zu Sailor Moon so ein bisschen gebracht. Das ist nicht so ganz hängig, wie Buffy. Ja, es ist halt auch wirklich, ja. Aber da gab es eben auch eine Sailor Merkur. Schön. Kannst du nichts machen. Dann wirst du dann durch. Ich fand halt den ersten großen Story-Ark, fand ich halt auch interessant, weil da halt auch schon zu dieser Trope, böse Licht wird dann guter und so weiter. Das fand ich sehr interessant, weil ich damals auch nicht damit gerechnet habe. Jetzt ist es halt so Common Sense, dass du das so strukturierst. Da habe ich aber gemerkt, dass ich Sailor Moon immer wieder selber kopiere. Und immer wieder hast du dann so deinen neuen Bösewicht und der schickt dir dann erst mal so fünf Monster verlieg auf den Hals. Und das sind dann immer irgendwelche Leute von der Straße und die treffen die zufällig. Und das ist dann der Maurer, das ist der Bäcker, das ist der Typ, der halt irgendwie Askese oder einen Wasserfall macht. Und die werden dann immer mit irgendwas von diesem Bösewicht konfrontiert. Und immer zufällig sind es die Leute, die die Krat getroffen haben. Und dann verwandeln die sich aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften in das Pizza-Bäcker-Monster. Wie so ein dummer Power Rangers-Monster für wie Gegner. Und dann werden die halt fertig gemacht. Dann kommen drei Minuten Stock-Animation und es ist immer die gleiche Kacke. Aber diese Mythologie und die Rahmenhandlung ist schon okay. Warum nicht? Ich finde es halt trotzdem ein bisschen komisch, dass das halt so ein Female Empowerment Symbol ist, die Sailor Moon. Also Bunny Zucchini, Zatschaini spricht man es auch. Das ist schon sehr, sehr dumm. Sehr, sehr, sehr dumm. Und alles das, was die stark macht, neben ihr Mut und ihrer Freundlichkeit, ist Zauberei. Und ich weiß auch immer noch bis heute nicht, wo die fett ist, weil die immer gesagt hat, sie ist so fett. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Und das hat bestimmt viele Mädchen echt kaputt gemacht. Also vielleicht. Ich bin immer noch nicht so, denn wie Sailor Moon und die ist ja schon klatschend fett, sagt sie. Die Sailor Moon weiß, mit was die redet. Naja, Sailor Moon, ja. Ich kann das ganz schlecht einschätzen, ob sich das heute noch so halten würde. Es gibt ja die Sailor Moon Crystal, oder wie das heißt. Also in einer Cross-Kampagne mit Crystal mit Vodka, glaube ich jetzt. Vielleicht auch ein bisschen Crystal Mav dabei. Crystal Mav, ja. Ich habe die ersten Folgen geguckt, sonst haben wir die Augen geblutet, weil die Animation ist unterirdisch, es soll aber dann besser geworden sein, habe ich gehört, aber ich habe dem nicht vertraut und es nicht weitergeblutet. Das ist die neue Auflage von Sailor Moon. Ja. Ja, das ist ganz wunderbar. Kai, als das rauskam, haben sie das ja noch. Also nicht mal Flash-Animation, so ein Gefühl. Wirklich. Richtig schlecht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, warum so so eine Alp, wie der Gedankengang dahinter ist, außer... Mande, Mande, Mande. Es ist komisch, es ist komisch, weil ich habe ganz viele extrem krasse Sailor Moon-Fans in meinem Bekanntenkreis, also gerade auch von diesen ganzen professionellen Manga-Zeichnerinnen, was ja klar ist, es ist ja der in Dragon Ball. Boah, nicht weil es Frauen sind, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und die waren alle, glaube ich, ganz enttäuscht von Sailor Moon, Crystal. Alle, die ich kenne, waren davon enttäuscht. Also, wenn die Neuauflage quasi schlechter ist als das Original, das geht auch noch. Dann, äh... Ja. Dann ist es echt schwierig. Ja, ich mag aber auch so diesen 80er-Jahre-Schaum von den Animationen, bis ich denke dann halt, aber ja, die neuere Generation kann vielleicht dann wirklich nicht mehr so ran. 16 zu 9 ist dann auch schön. Ja, ja. Puh, das war echt anstrengend. Dann als nächstes kommt tatsächlich mein Lieblings-Anime, äh, Animo of All Time, Hooky Weisels. Äh, das mit dem Schiff und dem Jungen. Genau. Die Jungen und die Schiff. Die Jungen und die Schiff. Die Jungen und die Schiff. Ja, die Schatzinsel. Ja, sag ich doch. Von 1978. Großartig. Hab ich auch gesehen. Davon hatte ich Albträume. Das müsste dann aber auch so langsam sein können, dass du dann, Philipp, das ist schön, aber ich hab's mir nicht gehört. Wie das aussah, wie das gezeichnet, wie das eigentlich das schwarze Abzeichen, was da ganz am Anfang kriegt, immer noch Trauma. Ich war nicht an das Opening. Ich war viel zu klein, als ich das geguckt hab. Was wollen die Matrosen? Gold und drum, Gold und drum. Müssen wir das suchen? Fragt sie nicht, warum? So, wir cut jetzt, wir können nicht alle Openings sein, aber eins der schönsten Openings aller Zeiten, und da ist dann immer meine Mutti ins Zimmer gekommen, wenn das lief und hat sich das angehört. Die Scheiße, auch so versklatscht. Die hatte dann wirklich fast so ein bisschen Tränchen im Auge und wo ich das dann mal nach vielen, vielen Jahren hab ich mir dann mal für einen Apple und ein Ei die Komplettbox geholt. Die gab's für lächerliche 10 Euro zu weinen und da hab ich das dann mal wieder nach all den Jahren reingehaut und da wurde meine Mutti so ganz nostalgisch und es ist wirklich wunderschön, das Opening. Alleine das sollte man sich dann mal angucken, aber die ganze Serie sagt, ja, man ist die Pflicht für jeden Mensch, der behauptet, ein Mensch zu sein, wenn man das verpasst hat. Und ich glaube, gerade für dich, Philipp, das ist halt echt, das ist, also, du kannst ja auch so scheiß wie Game of Thrones, du kannst ja so dein Marsch abfingern, Schattensehensel und du hast auch einen echt krassen Bodycount für gerade mal 26 Folgen. Das war dann so die erste Trickfilm-Serie, wo ich dachte, oh krass, Alter, also was geht denn jetzt ab? Das ist doch nicht wahr. Oh nein, echt, was macht denn hier mit den Figuren? Das ist ja übel. Die legendäre Folge Gemetzel auf der Hispaniola gegen Ende, die hält, was sie verspricht, sag ich jetzt mal. Und ich glaube nicht, dass da mal bei RTL 2 da mal jemand drüber geguckt hat. Also erst recht nicht die Leute, die gesagt haben, wir lassen uns mal so einen Hund, so einen Stoffpuppenhund unser Programm moderieren, dann packen wir da noch ein bisschen Schuhtauen drum und irgendwas mit Basketballspielen, Känguru, ja inzwischen durch noch Schatzinsel, halt bestimmt ganz lustig. Und wie Sabine schon sagt, gleich die erste Folge der schwarze Fleck. Das habe ich total traumatisiert bis heute. Das ist heftig. Ich habe davon nicht viel gesehen, weil ich noch sehr klein war, also wirklich 6, 7, vielleicht, wenn überhaupt. Und bis heute ist es in meinem Kopf eingebrannt. Das war schon, das war begraben. Also dann auch das schon eigentlich sehr eindrucksvolle. Ja. Gibt es gerade 18 Euro. 18 Euro ist ein guter Preis, ja. Ich habe die allererste Version, als das auf DVD rauskam, habe ich glaube ich vier, fünf Mal gekauft, weil es so preiswert war. Dann habe ich die alle verschenkt und habe nur noch von der zweiten Auflage mir dann selber was kaufen können. Die ist sehr abgespeckt. Das ist glaube ich auch für die Version, die ich dann mal wie ausgeliehen habe. Und wenn man es heute guckt, so viel sage ich schon mal, man ist ja jetzt so düstere Serien gewohnt, Trickfilme, aber auch halt Live-Action vor allem. Da würde man jetzt wahrscheinlich sagen, ja, was meint denn da die Sabine? Die, das ist doch so wortend. Aber, also das ist jetzt keine Attack on Titan. Aber fucking Attack on Titan ist auch nicht von 78 und das lief auch nicht im Kinderprogramm von RTL 2. Und im Gegensatz zu Attack on Titan lernst du halt auch die Figuren richtig kennen und die haben Charakter und selbst die Böse so nachvollziehbar. Die Geschichte ist sehr gut. Es gibt eine. Dieser ganze Long John Silver-Plot, der da noch mitläuft. Und das ist auch eine von, glaube ich, nur zwei Fernsehserien, wo ich am Ende Tränchen in den Augen hatte. Es gibt da so eine ganz, ganz furchtbar traurige letzte Folge, die wirklich so 20 Minuten immer wieder Tierjurkert. Und hier gibt es eine Figur, die heißt Quay. So die rechte Hand vom Pirat Long John Silver, der Spoiler, der Antagonist der Serie ist. Die Schatzinsel kennt ja jeder so von der Kunststruktur und das ist die Geschichte. Eine der wenigen, außer wenn ich jetzt mal sage, ne, das ist so viel besser als der Disney-Film, weil der Disney-Track-Film ist wirklich gut, aber der ist ganz anders. Danke, der. Das ist okay, der Schatzplanete. Underrated. Also, die kommen sich nicht ins Gehege, als hätte da Disney gesagt, ne, es gibt da diesen fantastischen Anime, lass uns nicht einfach die Schatzinseln nacherzählen und wir müssen was anderes machen, damit man uns dann nicht mehr vergleichen muss. Und der Anime erzählt wirklich den Roman. Ich habe den Roman dann danach auch tatsächlich gelesen und ist okay, es ist halt nicht animiert, aber man hat das sehr kurzes Buch, ich habe das auch schnell gemacht. Das habe ich wegen dem schwarzen Fleck gelesen, weil ich wissen wollte, ob das wirklich so gut ist. Natürlich muss dann ja der Anime ein bisschen mehr machen, da kommt dann zum Beispiel das kleine Leoparden-Kitten-Bangbo mit rein, was halt so das Maskottchen-Ding ist und so ein paar andere Dinge. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, die Figur Quay war auch original für den Anime konzipiert. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ich will nichts Falsches erzählen. Aber der Quay ist für mich so die Blaupause für den coolen, stillen Anime-Typ, der irgendwie geläutert werden muss. Der Vegeta, der, da gibt es noch so Piccolo im Prinzip auch oder halt auch bei sowas wie Buffy dann. Es gibt halt so viele Figuren, die da reinpassen und der Quay wie gesagt, das ist 78, der hat es für mich sozusagen etabliert, diese Art Figur. Man, es ist unglaublich, wie cool der Typ einfach mal ist. Der sagt kaum ein Wort und jede Bewegung und alles, was er macht und sagt, das wirkt so wie auf den Punkt. Also es ist schwer zu erklären, aber das hat bei mir ganz viel ausgewirkt. Ich wollte dann halt auch solche Figuren schaffen und dann hast du halt auf der anderen Seite so einen Long John Silver die halt so ein furchtbar charismatischer, empathischer Typ ist, dass du den einfach nicht böse sein kannst für das, was er da böses macht in der Serie. Disney hätte da so einen säbelrasselnden Pirat rausgemacht und bei dem hast du halt das Gefühl, das ist so ganz tragisch, was mit dem los ist. Haben sie aber nicht. Genau, haben sie auch. Haben sie aber nicht. Disney hat doch keinen säbelrasselnden. Nein, nee, nee, ich meine ja nicht den Schatzplanet. Ich meine ja nicht den Schatzplanet. Ich meine halt nur so wie Disney-Bösewichte in der damaligen Zeit funktionieren. So ein Scar, das war so die Zeit, wo ich halt den König der Löwen auch das erste Mal gesehen habe, was ich auch oft genug schon erzählt habe. Da habe ich dann gedacht, oh Mann, das ist doch, ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass es da noch irgendwo Potenzial für eine moralische Leuterung gäbe oder was auch immer. Und dann auch schon so eine Figur, wo du denkst, ist der wirklich böse? Kann man nicht mit dem einfach mal quatschen oder wie ist denn das? So ein bisschen üblich hatte ich auch die Vibes, das ist jetzt ein anderes Thema, aber bei Battle Angel Alita, jetzt bei dem Baron, der, wo ich dann auch manchmal dachte, könnte das so eine Art Long John Silver-Figur jetzt werden, aber wahrscheinlich dann eher nicht. Das hat dann aber auch Battle Angel Alita relativ schnell klar gemacht. Ja, guckt es euch an, also keine Ausrede gibt es nicht. Das muss man mal gesehen haben. Egal, ob es all das scheiß ist, wenn keine Mechas vorkommen. Ah, ich will nicht zu viel voran. Mir fehlt noch eines, ja, ich bin gespannt, ob die noch kommen, wenn du vorliest. Ja, wir sehen es bei erst, aber es kommt nicht mehr allzu viel. Wollen wir mal kurz eine Pause machen und einen Zweiteil auf dem ganzen Kiff aus machen? Auf alle Fälle. Wir haben nämlich schon über anderthalb Stunden und du kannst sehr merken, wo du warst. Ist ja ein schöner Abschluss mit deiner Lieblingsserie der Welt. Hört mal auf. Dann hat er doch nie wieder einen zweiten Teil. Nein. Gut, dann meine sehr verehrten Zuhörenden, schönen Tag noch, bis nächste Woche, dann geht es weiter mit. Dave lest die Liste vor und ab und zu schwelgen wir dann in Erinnerung, wenn wir mal was davon gesehen haben. Wir haben gar nichts zu Doromie gesagt. Was? Hast du was zu Doromie gesagt? Ich habe gesagt, ach ja, dann haben wir da gemacht. Minderjährige Kinder werden blutig im Rosenwald gestochen. Doromie. Ja, dann haben wir halt noch Doromie, klar. Nächstes Mal. Doromie. Sein Dank gibt es dich. Doromie war so. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.